Aufnahme. Läuft. Handy. Ist aus. Mein Tee dampft noch. Ist noch recht heiß. Ich habe eine eisgekühlte Mate hier bei mir stehen. Hui. Und was meinst du, wie war die letzte Folge? Oh, ich wusste, ich habe was vergessen. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Countdown Podcast Folge 61. Ich begrüße bei mir mal wieder den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja. Ein wenig stimmlich angeschlagen. Ja, also wie man es vielleicht an meiner Stimme hört. Vielleicht nimmt das auch auf Phonik wieder raus. Ich weiß ja nicht, wie gut die mittlerweile geworden sind. Ich glaube, so perfekt sind die nicht. Ich bin noch ein wenig angeschlagen, war es die letzten Wochen noch viel mehr. Deswegen befinden wir uns jetzt in der faszinierenden Lage, dass die letzte Folge noch nicht offiziell veröffentlicht wurde. Aber wir schon die 61. Folge aufnehmen, weil wir uns gedacht haben, irgendwann muss es halt passieren. Jo. Und es gibt noch andere Podcaster, die derzeit irgendwie krank sind und deswegen verschoben haben. Ja, also ich denke, dass ich auch erst die 60. und dann die 61. Folge veröffentlicht werde. Aber nur damit sich niemand wundert, warum die so kurz hintereinander kommen. Das hat alles seine Gründe. Jo. Wollen wir die Patreons vorlesen? Oder soll ich sie vorlesen diesmal? Das können wir gerne machen. Genau. Das handelt sich dabei. Warte. Ich mache. Nee, du hast das letzte Mal gemacht. Ich reiße es dir aus dem Händen. Das hast du das letzte Mal gemacht. Ach so. Ah, okay, gut. Du hast sie einfach bloß aus Routine. Das habe ich jetzt übernommen einfach. Also, wir bedanken uns beim Johannes, Niklas, Jochen, Ronald, Thomas, Hori, Manuel, Markus, Christine, Hans, Michael, Biberun, Carsten, Daniel, Rominger, Raw Iroh, 19 Grad, Torben, Martin, Steffen, Sebastian und Eike. Und natürlich auch bei unseren lieben Libera-Pay-Förderinnen und Förderinnen und Fördern, Förderer, nochmal, ich komme nochmal rein. Liebe Menschen. Genau, bei unseren Libera-Pay lieben Menschen und ja, bei allen, die uns auch finanziell anderweitig unterstützen. Die sind komplett anonym, das kann ich, auch selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht sehen, wer das ist. Und ich bedanke mich noch ganz speziell beim Tom aus Österreich, der mir ein großes Fresspaket zukommen ließ mit Leckereien aus unserem Nachbarland mit Manna-Waffeln und Toblerone und Chips. Und das war sehr cool, das war ein kleiner Odyssee, das irgendwie von Hermes zu befreien, weil Hermes wahrscheinlich das selber essen wollte. Aber ich konnte es dann doch ergattern und es hat mich durch die letzten Wochen gebracht. Also, dafür herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, dann ist doch alles gut, solange wie es angekommen ist. Bei meinem DHL-Paket, da war das ja doch noch eine etwas längere Odyssee. Genau. Und ja, das waren alle Bedankungen für diese Folge. Gehen wir mal weiter zu den Kommentaren, da haben wir noch ein bisschen was über von den letzten zwei Folgen davor. Einmal von Markus, der sich bedankt für die ganzen Geschichtspodcasts-Tipp, die wir hier verbreiten. Einmal hier Hardcore History von Dan Carlein und dann mit der liebe Mike Duncan mit einem History of Rome und wie heißt der Podcast? Revolutions. Revolutions und zur Zeit geht es um die 48er-Revolution. Unsere. Die 1848. Und die setzt gerade aus, weil er krank ist. Ja, genauso wie Russland so ein bisschen das Jubiläum der Oktoberrevolution ausgesetzt hat. Ich mache da ja gerade einen Unikurs zu, zu 100 Jahre Oktoberrevolution. Okay. Und das ist sehr lustig, weil Russland ist gar nicht so picht darauf, die Oktoberrevolution zu feiern, wie man meinen könnte, weil das hysterisch doch ein bisschen schwierig ist gerade. Und man feiert eher so abstruse Sachen wie die Verteidigung Moskaus von deutschen Truppen 1943 und irgendwie die Wiederherstellung des russischen Imperiums vor 1700 Jahren. Also Revolutionen sind schwierige Sachen, wenn man die feiern will. Vor 1700 Jahren? Oder vor 1000 Jahren. Ich nagel mich nicht darauf fest. Ja, also sind höchstens ein paar hundert, weil Russland wurde ja, also hier Moskovi, also die Kiewer, Russ und so, wurde ja alles von den Mongolen erobert und danach kam ja erst Moskau irgendwie ein bisschen so etwas prominenter raus. Ja, Moskau ist im Grunde noch gar nicht so lange so eine wichtige Stadt, als Petersburg oder Kiew davor wichtige Orte waren. Also so die eigentliche russische Geschichte ist alles so postmongolisch und daher müsste das alles so 600, 700 Jahre höchstens alt sein. Postmongolisch. Wie gesagt, nagel mich nicht darauf fest. Genau. Ich wollte es mal hier nur kurz einbringen. Egal, irgendwie ist es mir jetzt gerade wieder mal entglitten. Ja, das ist ja alles in Ordnung so. Und dann meinte noch die Brotstille unter der Folge 59, dass es doch ganz gut wäre, wenn du manchmal einen Satz früher aufhörst, weil wir haben das leidige Thema, dass du dann sagst, ich habe keine Ahnung davon, aber das ist irgendwie so und so. Und dass du vielleicht einfach einen Satz früher aufhörst und so tust, als hättest du Ahnung davon. Ja, ich will einfach bloß da nicht so tun, als hätte ich Ahnung. Das ist einfach so. Der Punkt ist der, mein Wissen hat echte Grenzen und ich bin mir dieser Grenzen ernsthaft bewusst. Und ich möchte das gerne sagen, wenn ich weiß, okay, hier wird es echt schwammig jetzt. Guck doch einfach mal selber nach. Und das finde ich eigentlich sogar wichtig, dass das dann irgendwie auch mal mit rauskommt und dass dann die Leute wissen, okay, hier lohnt es sich vielleicht mal selber nachzuschauen, wie das genau nun ist. Weil ich kann echt nicht alles wissen und ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen Selbstabsicherung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe selbst so gerade das Problem bei Golem, dass in den Kommentaren ich ständig gelobt werde und irgendwie, ich finde das etwas verstörend. Vielleicht bist du der einzige Mensch, der mal ein bisschen dann den Kruger-Effekt braucht. Nee, den habe ich selber schon, das weiß ich. Das ist halt der Punkt. Also ich bin an vielen Stellen mindestens dem begegnet. An einigen Stellen bin ich darüber hinausgekommen. Und wenn man über diesen dann den Kruger-Effekt einmal hinausgekommen ist, dann weiß man halt ziemlich genau, okay, da und da und da habe ich echt keine Ahnung. Deswegen sage ich das dann, weil es ist echt, also mir ist es öfters sehr, sehr peinlich, was ich so in der Vergangenheit von mir gegeben habe, an manchen Stellen, wo ich einfach bloß keine Ahnung hatte, aber mir dessen noch nicht mal bewusst war. Und dann bin ich doch jetzt immer wieder recht froh, wenn ich wenigstens weiß, wo ich keine Ahnung habe. Genau. Und dann haben wir noch eine inhaltliche Frage vom Telekonom über Twitter bekommen, der fragt, warum denn bei manchen Countdowns ein geplanter Hold eingeplant ist. Also das war jetzt ja aktuell bei der Delta 4, dass bei T minus vier Minuten einfach der Countdown geplant pausiert wird für ein paar Minuten und dann wieder einsetzt. Und die Frage ist, warum das so ist und warum sie einfach nicht nochmal den Countdown weiterlaufen lassen, wenn sie eh schon was Geplantes da machen. Wenn ich mir den Rat zu Herzen nehme, dann sage ich jetzt einfach, diese geplanten Holds sind da, damit der Computer nochmal eine automatische Sequenz durchführen kann, bei der praktisch die Rakete komplett nochmal überprüft wird, bevor dann die menschlichen Leute wieder einsetzen. Aber, weil ich jetzt schon darüber gesprochen habe, wie ich das so handhabe, sage ich, ich hatte bis vor sehr kurzer Zeit absolut keine Ahnung davon und habe einfach in der Wikipedia nachgeschaut und da steht genau das drin. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht was damit zu tun hat, dass irgendwelche Sachen nochmal gebootet werden und die ja mitbekommen müssen, wenn der Countdown weitergeht. Also dass sie dann vielleicht davon verwirrt werden, wenn der Countdown weiterläuft und die dann quasi so irgendwie bei 3,56 wieder hochgefahren sind und gar nicht wissen, wo jetzt ihnen der Kopf steht sozusagen. Ich weiß nicht, ich finde es jedenfalls sehr merkwürdig, egal wie rum man das sieht, weil die geplanten Holds sind halt, weißt du, du hast da einen geplanten Hold, 5 Minuten, also 300 Sekunden und zwar auf die Sekunde genau. Und wenn du etwas einplanst, dass du auf die Sekunde genau bestimmen kannst, ja, dann kannst du es auch gleich in den Countdown mit reinnehmen. Also es ist irgendwie eine ziemliche Farce. Ja, ist so mein Eindruck. Ja, genau. Also wir wissen es auch nicht so genau, aber wir wollten mal die Frage in den Raum stellen, wenigstens. Vielleicht weiß ja jemand anderes mehr. Genau, das war es zu den Kommentaren. Ich fange mal mit unserem ersten Thema an. Das ist so ein kleines Update zur letzten Folge zu dem interstellaren Asteroiden, der jetzt einen Namen hat, nämlich 1I, das ist eine neue Klassifizierung, rede ich gleich drüber, 1I Umuamua. Warte kurz, das ist ein hawaiianischer Name, Umuamua, was sowas heißt. Und hawaiianisch hat bekanntlich nur zwölf Buchstaben, glaube ich. Das will ich mich jetzt nicht drauflesen. Jede Menge Vokale und ein paar ganz wenige Konsonanten. Genau. Heißt so viel wie der Erste, der zu uns kam oder der Erste Botschafter, denn 1I Umuamua, man muss es nur oft genug sagen, dann weiß man auch, wie es ausgesprochen wird, ist ja jetzt, glaube ich, sogar ziemlich bestätigt, der erste interstellare Asteroid in unserem Sonnensystem oder den ersten auf jeden Fall, den wir entdeckt haben. Ja. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, darüber gesprochen. Genau, da war es aber noch nicht ganz so sicher, ob er tatsächlich interstellar ist oder ob das einfach nur ein Messfehler ist. Also das war so gerade in der … Genau, oder einfach nur sehr exzentrisch, sehr exzentrisch Umlaufbahn hat, aber tatsächlich ist er interstellar, kommt er aus dem interstellaren Raum? Genau. Also innerhalb von ein paar Tagen hatte man dann so viele Messungen drauf gehabt, dass es überhaupt keine Frage mehr gab. Genau. Es gibt ja auch ein sehr schönes Bild, wie er hier quasi … er kam tatsächlich irgendwie von oben rein, also nicht auf der planaren Ebene, sondern kommt von oben rein und macht dann quasi so einen Knick um die Sonne und fliegt dann auf der planaren Ebene dann wieder raus. Ja, okay. Ja, das macht's in. Ne, also kommt meistens von vorne gegen die Windschutzschelbe und selten gegen die hintere. Genau, der Herr Florian Freistatter hat auf den Science Blogs einen sehr ausführlichen, Gott, sehr ausführlichen, ich scroll da gerade durch, Artikel dazu geschrieben, der auch leicht verständlich ist, wo nochmal alles erklärt wird. Also wo kommt er her, wo geht er hin und was macht er? Und genau, es wird vermutet, dass der, dass Oumuamua aus dem Karinanebel kommt. Okay. Ja, ich hab mich nicht nochmal mit den Papern auseinandergesetzt, die jetzt mit Sicherheit schon erschienen sind. Ja, ich … Oder, also Papern, also mit den Preprints der Paper, die dann irgendwie, die halt so auf Arxef und so weiter dann verteilt werden. Genau, also er hat hier auch in dem Florian Freistatter Artikel ist nochmal eine lange Linkliste mit, glaube ich, nur Links zu Arxef über die ganzen Forschungen, die jetzt angestellt wurden. Genau, also irgendwie, dass das, äh, das Oumuamua heiß ist und irgendwie, ähm, äh, genau, Kinematics of the Interstellar Vagabond, äh, sehr interessant. Er wird ja auch noch, ähm, er hat ja auch noch die Bezeichnung A 2017. Ja, ähm, äh, ursprünglich war es C 2017. Aber es ist ja kein Komet. Genau, äh, es war, also man, man hat's halt beobachtet und gesehen, äh, da ist keine Koma dran und die, also, ja, ne, also keine … Kein Schweif. Kein Schweif, was man halt bei einem Kometen, der in die Nähe der Sonne, und das Ding war ziemlich nah an der Sonne, äh, kommt, halt so erwarten würde, ähm, hat es nicht gehabt. Also ein Asteroid, ganz eindeutig, also musste es ein A werden und das I ist jetzt wohl, äh, neu für, für Interstellar, ne? Äh, genau. Genau, genau, das ist, deswegen ist es auch 1i. Und, äh, hier, ähm, hat schon jemand ein Paper geschrieben, ähm, das ist noch gar nicht alt, so Mitte, am 8. November. Also das einzige Paper, das ich bis jetzt gelesen habe, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, ist eins, äh, wie man das Ding vielleicht doch noch erreichen könnte. Genau, das Projekt Lyra, meinst du? Genau, ja. Ja, das habe ich auch gerade oft, genau, sending a spacecraft to 1i Uumuamua, former A, 2017 U1, der Interstellar Asteroid. Ähm, ja, äh, ich hab mal so ein bisschen rumgerechnet und ich glaub, wird nix. Glaub nicht, ne? Ja, äh, die Sache ist halt die, er kann jetzt halt nicht warten, bis er wiederkommt, also muss jetzt auf den nächsten, ähm. Ja, müsste innerhalb von kurzer Zeit irgendwas so, äh, in sehr schnell, also sehr schnell beim Start von einer Rakete auf 30 Kilometern pro Sekunde, äh, beschleunigen. So größenordnungsmäßig. Und, äh, das kriegt man derzeit nicht hin, also, äh, normale Rakete, also damit du in einen Orbit kommst, musst du ungefähr 10 Kilometer pro Sekunde erreichen, also, naja, ne, also 8 und plus noch ein paar Verluste, also brauchst du sowas wie 9, 9,5 oder so für einen niedrigen Erdorbit. Ähm, so, naja, und jetzt kannst du dir vorstellen, du musst dann praktisch, wenn du 30 Kilometer pro Sekunde erreichen willst, äh, musst du eine Rakete in deinen niedrigen Erdorbit bringen, die dann nochmal genauso viel Geschwindigkeit bringen kann, äh, wie, äh, die Rakete, die sie dahin gebracht haben, hat. Und an Bord muss sie eine Rakete haben, die dasselbe nochmal machen kann. Ja, das ist wie diese... Dann kommt du auf 30 Kilometer pro Sekunde. Ja, das ist wie diese... Und das ist so der unterste Rand dessen, dass man es vielleicht noch, wenn man es jetzt sehr, sehr schnell hinkriegt, äh, das Ding innerhalb von 30 Jahren oder so irgendwo weit draußen erreichen kann. Äh, und dann brauchst du halt schon eine Sonde, die, die einiges, äh, die halt so eine mehrere Meter große Antenne hat und sowas, also dann hilft auch kein kleiner CubeSat oder sowas mehr, ne, also, das heißt, das wird nix. Ja, ähm, ich hab, es gibt ja auch eine Animation, ähm, von der, von dem Flugverlauf von, äh, 1CI und, ähm, was mir hier ein bisschen Sorgen macht, also, der, ähm, ist im Grunde innerhalb von einem halben Jahr durch unser Sonnensystem durchgeflogen, also, wenn man jetzt mal so das mit der, also, die, die Erde hat sich quasi um, äh, hat eine halbe Umdrehung. Du kannst da, ne, du kannst das Ding nicht abfangen, also, das Ding kommt, das Ding kommt und dann ist Pech. Genau, das Problem, genau, also, ich hab grad überlegt, wenn der jetzt quasi auf Kollisionskurs mit der Erde gewesen wäre, ähm, also, das kann halt immer passieren, dass da so ein, ein Asteroid aus dem Nichts auftaucht und einfach die Erde kaputt macht. Äh, ja, und zwar mit, und das Ding kommt dann halt mit irgendwie 30 Kilometern pro Sekunde oder sowas an und, äh, zerhaut und zerreportiert dann die Erde, ja. Also, nicht die Erde, aber, also, halt so, so ein ganzes Stück halt, also, knallt halt drauf und dann hast du halt, selbst wenn es ziemlich klein ist, eine Explosion, die, äh, so viel Energie freisetzt wie die größten, also, sämtlichste Wasserstoffbäume, die man halt so hat. Genau, also, auch, also, es ist ja schon, es ist ja schon schwer, ähm, ähm, äh, 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 Asteroiden in unserem Sonnensystem frühzeitig zu erkennen, wenn die auf die Erde zukommen, aber so ein interstellarer, äh, Vagabund, nenne ich's mal, der einfach so aus nichts auftauchen kann, ich meine, der wurde jetzt auch nicht lang vorher entdeckt, das ist ja nicht so, als hätten wir schon drei Jahre vorher gewusst. Nee, hinterher. Ja, hinterher. Der wurde ja nicht vorher, der wurde erst hinterher, der war schon durch. Also, es hätte auch sein können, dass, dass, ähm, also, so ein bisschen, um jetzt mal die existenzielle Angst in diesen Podcast hochzuschrauben, das kann jede Sekunde passieren, dass hier ein Asteroid auf die Erde zufliegt und wir das vielleicht eine Stunde vorher wissen. Äh, nö, gar nicht. Also, hast du ja, hast du ja in Cheia Bins gemerkt. Ja. Alter, das Ding ist rein und das war ja noch ein harmloser Fall, das Ding kam irgendwo aus der ganz normalen, so, so, aus der ganz normalen Asteroidensuppe, die halt bei uns im Sonnensystem so rumfliegt, ähm, und das Ding kommt von sonst wo, also, äh, nö, das, das ist einfach so, so ganz plötzlich ist dann, macht's dann halt Plautz. Mehr ist da nicht. Also, da ist, ja, also, du hast so, so eher so ein paar Sekunden und, äh, ja, ich empfehle dann halt genau das, was man gelernt hat in den 60er Jahren, Duck and Cover. Nee, 50er Jahre war das, glaube ich. Ja. Äh, übrigens, äh, ein ernstzunehmender Rat, also Duck and Cover war nicht, war jetzt nicht so irgendwie bloß ein Scherz, also, ähm, irgendwie sich hinter irgendwas, also, wenn, wenn es möglich ist. Klar, bei Atombomben ist es, äh, gut, dass man irgendwie Schutz nimmt, dass man nicht super verstrahlt wird, aber ich glaube, wenn so ein Asteroidensuppe... Nee, das, das ist, nee, äh, es geht gar nicht mal darum, es geht einfach darum, äh, das Ding kommt durch die Atmosphäre rein und wird tierisch heiß und, äh, hat einfach Hitzestrahlung erst mal und, äh, wenn du jetzt sehr, sehr schnell reagierst und dich sofort hinter irgendwas duckst, sodass du sozusagen im Schatten bist, äh, dann wird deine Haut nicht ganz so weit aufgeheizt und du hast Chancen, dass du nur mit Verbrennung zweiten Gratis davon kommst, anstatt von, äh, deiner verkohlten Haut oder so. Das bringt dir aber nicht mal so viel, wenn die Erde zerstört ist. Das, äh, naja, äh, wieso? Also, die, die Druckwelle, die hat, die ist deutlich begrenzter. Du hast denn durchaus Chancen. Ja. Du hast durchaus Chancen, die Druckwelle zu überleben. Also, die, die Erde geht nicht kaputt davon, es ist einfach bloß so ein lokales Ding halt und, äh, ist halt lokal sehr, sehr, sehr böse. Ja, ja, also, wir wollen das gar nicht weiter draus spekulieren, ähm, äh, wir wollen ja, dass ihr noch heute Nacht einschlafen könnt, ähm, aber, ähm, das war jetzt unser kurzes Update zu, äh, 1i, Oumuamua. Ja. Ist das richtig? Oumuamua. Ja. Schöner, schöne Sprechübung. Ja. Äh, das erinnert mich an, daran, dass irgendein Chinesin hat gesagt, äh, also mit Churyumov-Gerasimenko habe ich ja überhaupt keine Probleme, aber 67P, das ist schlimm. Ja. Das auszusprechen. War, glaube ich, auf Englisch. Ja. 67P. Keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie hatte sie damit ein Problem gehabt. Genau. Ähm, also das war's zu, äh, diesem Thema. Möchtest du mal eins seiner Themen machen? Ähm, ja, äh, weil es gab ja noch eine andere Astronomische Entwicklung zwischendrin, ähm, und das hat zwar jetzt nicht direkt was mit Raumfahrt zu tun, aber was soll es? Äh, weil, ähm, wir haben ja seit neuestem LIGO, den Gravitationswellendetektor in, äh, Amerika und, äh, Virgo, glaube ich, also wir haben auch in Europa so ein paar Detektoren. Die sind auch ganz wichtig, äh, sind vor kurzem so, äh, halt praktisch ans Netz gekommen sozusagen. Ein sehr kleines Netz von drei Detektoren. Ähm, und, äh, ja, damit kann man jetzt, weil man jetzt, äh, mehr Richtungen hat, ähm, etwas präziser bestimmen, woher diese Gravitationswellen kommen können. Und natürlich hat man erst mal gedacht, naja, äh, irgendwann wird schon wieder das nächste, die nächsten zwei, äh, schwarzen Löcher kollidieren und dann werden wir das schon sehen. Äh, aber es ist was anderes passiert. Es sind zwei Neutronensterne kollidiert, äh, und nah genug dran an der Erde, dass man, äh, dass die halt, äh, trotzdem noch messbare, äh, Gravitationswellen verursacht haben. Äh, äh, im Prinzip der Mechanismus ist der gleiche, ne, also, äh, wie bei schwarzen Löchern, die Dinger kommen sich halt näher, ähm, äh, kreisen umeinander. Dadurch, dass sie sich umkreisen, ähm, strahlen sie sozusagen Gravitationswellen ab. Und, äh, äh, da ist natürlich eine Menge Energie mit drin und, äh, da geht Energie weg und umso mehr Energie weggeht, umso näher kommen die aneinander dran und, äh, irgendwann sind sie halt so nah aneinander, dass sie, äh, ja kollidieren, dass sie sich berühren. Und, äh, Neutronensterne haben so Durchmesser von, äh, 10, 20 Kilometern in der Größenordnung, äh, von daher können sie sich dann, und sind dabei immer noch Sterne. Also, die haben mehr als die Masse der Sonne, ne, und umkreisen sich dann entsprechend innerhalb von einer Sekunde, äh, einige zig Mal. Und, äh, ja, äh, ist relativ spektakulär, was dann passiert. Ähm, und kann man dann halt messen. Ja, äh, aus dem Grund kann man dann halt auch sagen, okay, es waren genau zwei Neutronensterne und nicht irgendwie ein Neutronenstern und ein weißer Zwerg oder so, äh, weil so ein weißer Zwerg hat halt schon so, eher so Erdausmaße, also so 1000 Kilometern oder so, glaube ich. Äh, also muss schon irgendwie ein Neutronenstern gewesen sein. Also zwei Neutronensterne. So, äh, die berühren sich, das macht dann irgendwann Kaplauts. Ähm, und, äh, zuvor kriegt man halt das Signal von den Gravitationswellen. Und da half es doch, äh, ganz erheblich, äh, dass man halt zwei so, äh, also jetzt nicht nur, nicht nur Ligo hatte, sondern auch den europäischen Ableger hatte. Und, äh, dann mehr eingrenzen konnte, woher dieses Signal denn eigentlich kam. Äh, ja, das plautste halt. Und, ähm, ah, ich glaube, mich zu erinnern, dass man gleichzeitig noch, äh, Gamma-Blitze und so weiter alles beobachtet hat. Man konnte es dann relativ bald eingrenzen. Und man hat dann auch, äh, ja, halt diesen Blitz am Himmel sozusagen gefunden. Äh, wobei dieser Blitz ist jetzt nichts, das so ganz furchtbar schnell, äh, durch ist. Zumindest was so das Optische ist, was man so sehen kann. Ähm, einfach weil, ja, das, das Welt, das Weltall ist groß und, äh, das Licht, das dabei frei wird, äh, ja, ähm, man muss sich das so vorstellen. Diese Neutronensterne, äh, knallen aufeinander, explodieren, einfach weil sie, weil die, ähm, ja, weil halt, äh, jede Menge Energie noch zusätzlich dazukommt, äh, die so nicht eingeplant war in dem Gleichgewicht, in dem sich diese, äh, Neutronen da drinnen, ähm, ja, befunden haben. Ähm, und, ja, das, das ganze Ding, äh, zerlupft es halt dann sozusagen, ne? Und du kriegst dann eine, eine Wolke sozusagen aus allem möglichen Zeugs, dass ich, und dieses alle mögliche Zeugs, das bildet sich da gerade erst wieder neu, weil es sind halt Neutronensterne und da ist dann halt irgendwie so eine Neutronensuppe drin und keine normalen Atome. Äh, ja, ähm, und das ganze Zeugs, diese Trümmerwolke, die da rumfliegt, die hat halt dann so Ausmaße, die dann schon signifikant sind, was so Lichtgeschwindigkeit und so weiter angeht. Und, äh, ja, alles, was da an Licht rausgestrahlt wird, was gar nicht mal wenig ist, wird dann halt so nach und nach von irgendwelchen Staub und sonstigen Kram, was vielleicht auch in dem Sonnensystem, was davor schon da war, äh, vorhanden war, wird dann nach und nach reflektiert. Und, äh, ja, das dauert dann halt so lange, wie das Licht braucht, bis es dort ist, reflektiert werden kann und dann zu uns reflektiert werden kann. Und das, äh, können dann durchaus so Stunden, Tage, Wochen, Monate und so weiter sein. Also das, äh, braucht dann halt eine Weile. Also Lichtgeschwindigkeit ist ja doch durchaus nicht unendlich und deswegen ist dieser Blitz, äh, kein Blitz wie aus dem, wie aus der Kamera, aus einer Fotokamera oder so, äh, äh, sondern halt eine ziemlich langwierige Angelegenheit letzten Endes dann doch und wenn man's, wenn man's rechtzeitig findet, weil das Ding wird langsam aber sicher immer dunkler, äh, dann kann man das, äh, aufspüren und messen und das hat man diesmal auch geschafft und, äh, ja, alle Leute sind glücklich. Ja, sehr schön. Ähm, das war ja dann, ich hab das auch in der Tagesschau gesehen, dass da darüber berichtet wurde, die dann irgendwie sowas gesagt haben, ähm, ja, ähm, die Astronomen konnten schnell genug ihre Teleskope ausrichten, ähm, um den, um den, um den, um den, um den, um den, um den halben Tag oder so, also, so Stunden halt, ne? Ja, aber das ist ja nicht, weil, ähm, 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 aber, wie ist das? Es ist ja, es passiert alles mit Lichtgeschwindigkeit. Also wenn die das messen, dann, also müssen die Sachen mit Überlichtgeschwindigkeit dann davorstecken, damit sie das dann noch beobachten können. Naja, also die Gravitationswellen, die kommen tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit an hier und alle weiteren Prozesse, die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Also das Licht wird halt ausgesendet und wird dann nochmal irgendwie reflektiert und dann kommt es erst in unsere Richtung und das gibt uns halt so einen kleinen Vorteil. Also du kriegst halt die Gravitationswellen zuerst und die Zeit, bis das Licht nochmal reflektiert wurde von der Trümmerwolke ringsherum, das ist halt so die Zeit, die du ausnutzen kannst. Okay. Und das ist die Zeit, die du hast, um deine Teleskope auszurichten und sonst irgendwas. Und ja, das geht dann halt auch und da wurde dann halt, ich hatte irgendwie sowas gelesen, irgendwie jeder fünfte Astronom weltweit geschätzt, war irgendwie daran beteiligt. So, naja, und sowas kam dann irgendwie nach drei Wochen aus dem Embargo raus. Also ich finde sowas, ich finde sowas echt bescheuert, dass solche Entdeckungen dann nicht einfach mal öffentlich gemacht werden, nachdem man es entdeckt hat und nicht erst irgendwie nach drei Monaten oder sonst irgendwas. Ja, weil ich meine irgendwie, es waren jede Menge Leute, die waren beteiligt und ja, dann wurden dann ja irgendwie Leute, die irgendwie präferiert wurden, wurden dann vorher schon Interviews gegeben und ja, ich bin da ein bisschen sauer einfach. Ja, zu Recht. Äh, ich weiß nicht, ob zu Recht oder nicht, war auch einfach vielleicht einfach zu faul und wenn ich zuvor irgendwie die Presseseite von Nature verfolgt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch eher was mitgekriegt und hätte vorher einen Artikel schreiben können. Aber naja, ähm, ja, hatte ich nicht gemacht. Wahrscheinlich bin ich deswegen etwas sauer, ich habe keine Ahnung. Okay. Ein bisschen Selbstkritik muss manchmal sein. Ja. Ähm, dann machen wir mal wieder eins meiner Themen. Äh, SpaceX hatten wir ja lange nicht mehr. Äh, die letzten, äh, die letzte halbe Stunde nicht. Ähm, denen ist ja, denen ist ja ein Triebwerk abhandengekommen. Zum Glück wohl war das noch nicht an einer Rakete montiert. Es war noch nicht mal, es war noch nicht mal so, dass es an einer Rakete, es war noch nicht mal ein Triebwerk, dass man an einer Rakete, die derzeit fliegt, äh, hätte montiert gehabt oder so. Ja, genau. Und es war noch nicht mal angeschaltet. Ähm, also es geht um das, äh, es geht um ein Merlin-Triebwerk, äh, für, äh, Block 5 der Völkenein, also die nächste Generation der Völkenein-Rakete. Ähm, was, ähm, vor einer Woche, ähm, auf einem Teststand, äh, an der, auf der McGregor, Air Force Base, äh, explodiert ist. Übrigens gibt's jetzt ein geiles Video von diesem Teststand und der ganzen Anlage von McGregor. Ach echt? Von SpaceX. Hast du mal einen Link dazu? Ähm, ja, ich hatte das auch vertweetet, irgendwie gab's da einen netten Kommentar. Äh, da, 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 hier, SpaceX McGregor. Äh, da, 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 ähm, ich pack's mal hier in das Google Doc. Da, 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 da. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ist, ähm, ähm, ist, 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 ist das deshalb wahrscheinlich passiert, nicht weil das irgendwie getestet wurde, sondern, ähm, zum Test füllen die das manchmal komplett auf mit, äh, flüssigem, äh, Sauerstoff, um, äh, zu schauen, ob's, ob's leckt. Ja, ob's die Kälte aushält. Genau, ob's die Kälte aushält und offensichtlich hat's das nicht die Kälte ausgehalten, weil da gab's... Oder was auch immer da passiert, kann manchmal auch sein, kann ja auch irgendwie was, äh, eine Verunreinigung sein oder so, ne, dass da irgendwas, dass da zusammen mit dem Sauerstoff, äh, reagiert hat und dann irgendwie, was weiß ich. Genau, ähm, also SpaceX ist sich noch selber nicht so sicher, was da passiert ist und sie meinen, dass, ähm, die Aufarbeitung dieses Unfalls mehrere Wochen dauern wird. Ja, also sie meinen irgendwie, ich hab sowas gelesen wie, äh, es wird zwei bis vier Wochen dauern, dass der Teststand, auf dem das passiert ist, wiederhergestellt ist, der benachbarte innerhalb von ein paar Tagen sollte also schon lange wieder laufen. Genau. Ähm, was so ein bisschen zeigt, ähm, ja, äh, da ist was passiert, das wird wohl auch recht spektakulär ausgesehen haben, aber ganz so schlimm war's nicht. Äh, zumindest nicht so schlimm wie das, was, äh, der ULA passiert, ne, nicht der ULA, äh, hier, Blue Origin. Passiert ist, ähm, wo dann halt mehrere Monate das ganze, der ganze Teststand neu aufgebaut werden musste. Ja. Also ganz so schlimm scheint es dann wohl doch nicht zu sein. Einfach eine Rapid Unplant Disassembly. Ja. Ähm, und es wird auch keine, keine Flüge, keine Flüge beeinflussen, also, ähm, der Flugkalender wird eingehalten. Hm. Ähm, das Ganze war ein Qualifikationstest für, äh, eine, äh, ja, für ein Merlin 1D, Triebwerk von dem Block 5 der, äh, der Falcon 9-Rakete. Und dieser Block 5 ist, äh, ja, nochmal etwas leistungsfähiger und, ähm, ja, also ist noch nicht im Einsatz. Und deswegen, äh, verschiebt sich dadurch jetzt auch nix. Also ist nicht so, dass man jetzt, äh, deswegen den nächsten Start nicht durchführen kann, einfach weil es ein anderes Triebwerk ist. Genau. Äh, das war es eigentlich schon, äh, zu SpaceX noch so eine kleine Spekulation. Ähm, die SpaceX ist ja hartnäckig, äh, behauptet ihr hartnäckig, dass sie noch dieses Jahr die Falcon Heavy fliegen werden. Und, ähm, es wird wahrscheinlich dann Ende Dezember soweit sein. Und wenn wir Glück haben... Den 29. Dezember, ne? Haben sie gesagt, oder wie? Äh, hatte ich gelesen irgendwo. Ja, also... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin, ich hab irgendwie diesen 29. Dezember gerade sehr stark im Kopf. Also wenn wir Glück haben, äh, passiert was, während wir auf dem Kongress sind und dann wird es natürlich ein, äh, Falcon Heavy Live Public Viewing geben, äh, in der, äh, im C3 Sock, der Weltraum Assembly auf dem 34 C3. Und wir werden das auch, äh, hinreichend bekannt machen, dass alle Leute, die da sind, äh, da mit uns gemeinsam das schauen können. Ich hoffe ja, dass das so klappt, äh, dass das so hinkommt. Das wird ziemlich cool. Jo. Ja, apropos, äh, oh Gott, wie, wo fang ich an? Nee, nee, mach du mal... Nee, ach, scheiße, ich hab, ich hab so viele Themen. Die müssen schon weg. So ein Mist. Ähm, ja, was... Ach, ich nehm jetzt einfach mal eins. Ähm, und zwar, äh, wir hatten ja jetzt vor kurzem den Start einer Antares-Rakete, äh, von, von, von Dingens hier, äh, Orbital ATK. Orbital ATK. Orbital ATK, Theoko, sonst wem. Äh, ich hab immer noch keine Ahnung, wie die sich jetzt genau nennen. Die sagen immer noch Orbital ATK. Ich bin gespannt, ob's irgendwann nur noch, äh, Northrop Grumman oder irgend sowas ist. Ähm, ja, und, äh, da hat sich dann der, der neuste, Start der Antares-Rakete, äh, doch etwas verzögert, äh, weil da halt mal wieder ein, äh, Wayward Airplane war. Also, so heißen, da ist irgendwo ein kleines Sportflugzeug gestartet und ist so knapp in diese Aus-, in diese Verbotszone reingeflogen. Gleichzeitig, äh, war der Pilot wohl nicht am Funk. So heißen, die konnten den auch nicht anrufen. Und damit hatte es sich geschehen. Also, damit war es geschehen und, äh, der ganze Start musste halt abgebrochen werden. Ähm, ja. Und am nächsten Tag, äh, das war gestern, ähm, äh, sah es auch wieder so ähnlich aus. Da war es ein Boot, aber das haben sie noch rechtzeitig wieder rausgekriegt. Haben sie noch rechtzeitig wieder verscheucht. Ähm, also, die, die Leute waren dort doch schon irgendwie merklich genervt. Ja, irgendwie müsste man meinen, dass, dass sie dort an der Space Coast wissen, wenn sie aus irgendwelchen Zonen rausfinden müssen. Ja, äh, vielleicht kann man das auch, äh, 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 ja. Ja, man kann sich überlegen, ähm, lohnt es sich, äh, also, vielleicht mal mehrere Zonen zu machen, weil, äh, diese Verbotszonen sind ja doch ziemlich groß. Äh, im Allgemeinen kommen irgendwelche Trümmerteile nur in der Mitte runter. Dann könnte man ja irgendwie eine zentrale Zone und eine Randzone machen. Und wer in die Randzone reinkommt, der kriegt, äh, heftige, äh, der wird halt kräftig geföhnt über Funk und so weiter. Und muss auch Strafe bezahlen und so. Aber, äh, halt, dass dadurch nicht gleich der, der, äh, Start abgebrochen wird, bloß weil jemand irgendwie ein Kilometer in die Zone reingekommen ist oder so. Aber, äh. Ja, wahrscheinlich wird man da auf kein Risiko eingehen. Ja, wahrscheinlich, äh, hm. Äh, äh, im Gegensatz zu den Chinesen, bei denen das ja etwas anders gehandhabt wird. Ja. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Ähm, ja. Äh, ja, Orbiter Sciences, äh, war mal, war ja mal eine Firma, was so der große Konkurrent von SpaceX war. Äh, große Konkurrent deswegen, weil halt, äh, damals diese, diese Kurzprogramme, äh, diese Commercial-off-the-shelf, äh, Cargo irgendwas, Cargo-Resupply. Äh, uh, CRS, irgendwie sowas. Nee, C-O-T-S, Commercial-off-the-shelf, das passt schon. Commercial-off-the-shelf und dann irgendwie Commercial-Resupply irgendwas. Das S, C-R-S, irgendwas. Das S muss noch irgendwas bedeuten. Ähm, egal, äh, ja, also wurden halt zwei Verträge, es wurden halt irgendwie zwei Verträge da rausgegeben. Und, äh, einen bekam halt Orbiter Sciences und einen bekam SpaceX und deswegen wurden die halt so als, äh, als Konkurrenten, äh, aufgebaut. Ähm, und Orbiter Sciences hat halt eine ziemlich interessante Geschichte eigentlich hinter sich. Äh, die wurden 82-mal gegründet. Damals noch so als, äh, ja, Satellitenbauer. Und die sind, ich weiß nicht, ob heute noch, aber waren zumindest vor einigen Jahren noch der größte Satellitenbauer der Welt. Also, äh, sind da auch ziemlich gut und ziemlich wichtig. Und, äh, wie das halt so ist, die, denen war es irgendwann nicht mehr genug und haben dann angefangen, ein Hobby, äh, Hobby-mäßig, äh, eine Rakete zu bauen. Äh, weil sie selber Raketen bauen wollten und nicht nur Satelliten bauen wollten. Äh, haben gedacht, hey, das, das können wir besser. Und, äh, ist, ich bin mir irgendwie so halbsicher, wir haben darüber schon mal gesprochen in irgendeiner Ausgabe. Ähm. Erzähl es einfach nochmal. Ja. Doppelt hält besser. Genau. Ähm, ja, also es, es gibt da halt so diese Legende, äh, dass diese, dass diese, ähm, Rakete damals entstanden ist, wirklich so auf eine Serviette, äh, bei irgendeinem Anlass, äh, mal drauf gezeichnet. Äh, was halt die Pegasus-Rakete war, also eine kleine Rakete mit Flügeln, die von einem, von einem Flugzeug aus, äh, abgeworfen wird und mit Feststoffboostern dann halt, äh, einen relativ kleinen, äh, Satelliten in eine Umlaufbahn bringen konnte. Ähm, das Ding sollte billiger sein als alles, wo gibt, ne, wie das halt so immer ist. Äh, äh, ja, äh, eigentlich ist das eine sehr beeindruckende Geschichte, weil da haben 50 Leute dran gearbeitet, an der Entwicklung, äh, und zwar zu höchsten Zeiten, also so in Spitzenzeiten waren es 50 Leute, äh, und ja, das waren am Anfang noch wenige, äh, und innerhalb von vier Jahren haben die es geschafft, von einer Zeichnung auf der Serviette, äh, 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 diese Rakete, äh, zu entwerfen und zu bauen und zum ersten Mal zu starten. Also, äh, also irgendwie 86 soll sich das zugetragen haben und dann 1990, äh, ist die das erste Mal geflogen, äh, was durchaus beeindruckend ist, ne, also, äh, ja, und das war halt so das erste privatwirtschaftliche Unternehmen, das eine eigene Rakete gebaut und erfolgreich gestartet hat, also erfolgreich im Sinne von auch mehr als nur einmal, ich glaube, da gab's noch eine andere, die, die es einmal geschafft hat, aber nur in Festsatelliten und dann nie wieder. Äh, ich komm grad nicht auf den Namen. Äh, Conestoga-Rakete, müsste man gucken, Conestoga-Rakete, also das war das andere private Unternehmen. Ja, Conestoga. Ja. Äh, die Conestoga-1-Rakete wurde einmal, ist einmal, äh, erfolgreich geflogen. Genau, basierend auf zwei Stufen abgerüsteter Minutemen-Raketen. Ja. Äh, äh, und das, äh, die Conestoga-1620, was die eigentliche große war, die die haben. Haben wollten, die dann, äh, relativ schminklarkulär auseinandergefogen ist. Ach ja, ich hätt's denen so gegönnt. Ähm, egal. Nein, Orbiter Sciences. Äh, ich hab darüber auch einen Artikel geschrieben und den könnt ihr auch wieder mal per Golem durchlesen. Ähm, da ist dann auch verlinkt, äh, die ganze Entstehungsgeschichte von, äh, Orbiter Sciences und, äh, ja, auch wie es zur, ähm, zu der Antares-Rakete gekommen ist. Ähm, naja, also wie gesagt, diese, diese Pegasus-Rakete war nie so billig, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Äh, liegt halt auch daran, dass sie von einem Flugzeug aus gestartet wird und, äh, naja, irgendwann, also am Anfang hatte man so B-52-Bomber von der, von der Air Force genommen. Und irgendwann haben die gesagt, äh, ja, äh, macht doch euren Scheiß alleine. Wieso wollt ihr immer von uns unsere schönen B-52-Bomber haben? Und dann haben die irgendwie eine, äh, irgendein komisches Flugzeug, äh, von der kanadischen Airline gekauft. Äh, das aber ganz gut dafür geeignet war und dass die bis heute noch benutzen. Äh, immer noch das Gleiche. Äh, und, ja, hat halt bloß so ein paar Flugstunden pro Jahr, ne? Äh, und, äh, ist alles irgendwie nicht so ganz effizient. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. So ein Start von dem Ding kostet heutzutage 50 bis 55 Millionen Dollar. Äh, hat eine Nutzlast von irgendwie einer halben Tonne oder was in der Größenordnung. Und, äh, kostet damit praktisch genauso viel wie, äh, eine Falcon 9-Rakete von SpaceX, die eine Nutzlast von, in einem niedrigen Orbit, äh, jenseits von 10 Tonnen hat. Ja, ist jetzt nicht so ganz der Brüller, was die Effizienz angeht. Ja. Was die Preiseffizienz angeht. Ähm. Aber dafür hat Orbital ATK die richtige Lobby wahrscheinlich. Ja, wir hatten damals die richtige Lobby einfach, weil es keine Konkurrenz gab. Also, die, die waren halt die Leute, die kleine Raketen hatten und es gab nichts Kleineres. Alles andere war noch teurer. Und, ja, mp. Also, die, die 50 Millionen sind natürlich auch, äh, heutzutage und, äh, damals halt Inflationsbereinigt noch weniger und, äh, sind damals auch noch etwas häufiger gestartet. Das hat es nochmal etwas billiger gemacht. Also, das war nicht immer so hoch der Preis. Mhm. Aber immer noch trotzdem, äh, deutlich höher als diese 6 Millionen, die sie mal irgendwie geplant hatten. Ähm. Ja, aber so ganz umsonst war das nicht, weil, äh, die hatten halt, äh, eine Reihe von Oberschufen für diese Pegasus-Rakete gebaut. Also, die erste Stufe war halt eine mit einem Flügel und, naja, okay, halt den Flügel hat man dann später weggelassen. Und, äh, stattdessen hat man halt, äh, drunter halt so eine Minuteman-Raketen- oder Peacekeeper-Raketen-Stufen gesetzt. Ne, und, äh, und, äh, so ist dann halt halt Orbital ATK, äh, dazu gekommen, dass die angefangen haben, äh, mit der Air Force, äh, zusammenzuarbeiten. Also, da gibt's irgendwie so ORS oder so nennt sich das. Also, da gibt's so eine komische Kooperation zwischen den beiden, äh, bei denen halt die praktisch sagen, okay, die Air Force stellt, äh, den unteren Teil, äh, zur Verfügung und zwar halt einfach bloß irgendeine ballistische Rakete, also Interkontinental-Rakete, äh, nur ausnahmsweise ohne Atombombe obendrauf. Und, äh, Orbital ATK hat halt, beziehungsweise damals noch Orbital Sciences, hat halt, äh, ein paar Oberstufen von der Pegasus-Rakete genommen und die da oben drauf gepackt. Und noch Nutzlastverkleidung und, äh, dann kam noch ein Satellit dazu und, äh, fertig ist der Lack. Ähm, hat noch ein bisschen mehr Nutzlast dadurch gehabt im Vergleich zu der Pegasus-Rakete, weil, ja, so, so ne, so ne Raketenstufe hat halt doch noch ein bisschen mehr Saft als so ein Flugzeug, das dann, äh, das ganze Ding da hochbringt. Ja. Und, äh, ja, dadurch hat er dann halt die USA, ähm, eine Fähigkeit, äh, kleinere Satelliten zu starten. Ähm, so größenordnungsmäßig eine Tonne, bisschen mehr als eine Tonne in, in niedrige Umlaufbahn. Und, äh, ja, war relativ günstig. Problem an der ganzen Sache, äh, das Ganze ist alles militärisch gewesen, ne? Äh, äh, und, äh, wenn es militärisch war, kam es dann halt vom Staat und wenn es vom Staat kam, durfte es nicht kommerziell verwendet werden. So heißen alle Nutzlasten, mussten von irgendwelchen offiziellen Institutionen der, der USA kommen oder halt vom Militär selbst. Und, äh, kommerziell war nicht so richtig drin. Wollte Orbital Sciences aber auch kommerzielle Satelliten mit eigenen Raketen starten können. Und, äh, ja, was macht man? Tjo, äh, diese Peacekeeper-Raketen, äh, werden immer noch gebaut. Glaub ich, ich hoffe, es sind die Peacekeeper-Raketen und nicht die Militär-Raketen. Ne, sind die Peacekeeper-Raketen wohl noch abgeschafft. Äh, ja, eine wurde ab, ja, okay, äh, eine wurde abgeschafft, die andere wurde weitergebaut. Minitman 3. Okay, Minitman 3. Ähm, die werden halt weitergebaut und die Anlagen, um, äh, die unteren Teile dafür zu bauen, na, die sind natürlich vorhanden. Und, äh, ATK, Alliant Tech Systems, beziehungsweise PheoCore, äh, was das eigentliche Unternehmen dahinter ist, was die Feststoffwurste baut, ja, die haben halt diese Anlagen. Und, äh, du kannst dann natürlich mit denen telefonieren und sagen, hey, Jungs, äh, könnt ihr mal sowas bauen, aber halt nicht fürs Militär, sondern für uns. Und dann machen die das halt. Und, äh, so hast du praktisch, äh, fast das identische Bauteil, bloß halt zivil. Und, äh, dann kannst du das identische Bauteil halt nehmen, äh, ist dann halt nicht irgendwie, hat dann halt nicht irgendwie 20, 30 Jahre oder was weiß ich wie lange, 20 Jahre oder so, in einem Silo rumgestanden, sondern ist dann halt brandneu, direkt aus der Fabrik. Und dann kannst du das verwenden und kannst auch für kommerzielle, äh, Satelliten verwenden, weil es halt, äh, ja, hast du halt beim Hersteller gekauft, ne? Und, äh, dieses Ding nennt sich dann Taurus-Rakete. Ähm, die kam nach der Minotaurus, also diese Minotaurus-Rakete, ja, also so halb Mensch, halb Stier, ne, der Minotaurus, äh, hatte wahrscheinlich, äh, also da hatte man schon so, so ein bisschen die, äh, Anwandlung gehabt zu sagen, naja, es ist halt so halb militärisch, halb zivil oder irgend sowas, äh, kann auch sein, dass der Name ganz woanders herkommt. Aber, äh, zumindest mich hat's immer daran erinnert. Ja, Taurus-Rakete ist dann halt ein reiner Stier, äh, komplett kommerziell gewesen und, äh, ja, das Ding ist, äh, neunmal geflogen. Mhm. Beziehungsweise jetzt, äh, unter der Bezeichnung Minotaurus-C, noch ein zehntes Mal. Und, äh, ja, dieser Namenswechsel, äh, hatte einen Grund, denn die neun Flüge davor waren, äh, äh, ja, kein Ruhmesblatt. Also, die ersten fünf Flüge schon. Die ersten fünf Flüge der Taurus-Rakete waren super. Der sechste dann nicht mehr so, da gab's irgendein Problem mit einer Stufe, mit einer Raketenstufe, äh, dritte Stufe oder irgend sowas. Also, da gab's ein Problem auf jeden Fall und Satellite nicht hingekommen, fertig. Ähm, ja, passiert halt so. Ähm, nächster Flug war wieder erfolgreich. Zwischendurch hatte die NASA, ähm, ja, einen Auftrag vergeben, äh, also mehrere Satelliten gebaut und, äh, eins davon war das Orbital Carbon Observatory und das andere war Kryosat oder sowas. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und, äh, ja, zwei wichtige Satelliten, äh, verdienten. Für die NASA im Wert von zusammen 700 Millionen US-Dollar und beide Male wurde die Rakete gestartet, beide Male ist die Nutzlastverkleidung nicht aufgegangen. Oh je. Oh je. Ja, genau. Äh, und dann ist die, also, die Taurus-Rakete ist daraufhin nicht wieder geflogen. Mindestens nicht unter ihrem alten Namen. Äh, zur gleichen Zeit, das war so, äh, 2009 und 2011, was genau die Zeit war, als die, ähm, als diese ganzen, äh, äh, Kotz-Dinger liefen, also die ganzen Verträge zur, äh, für die Fracht zur ISS, lief ein Projekt, das nannte sich damals noch Taurus-2. Das war der Projektname, äh, weil man war halt eigentlich relativ stolz gewesen, lange Zeit auf diese Taurus-Rakete und man wollte halt lieber ein, und hat dann halt das Projekt zur Entwicklung eines, einer noch größeren Rakete halt einfach Taurus-2 genannt. Äh, was natürlich etwas ungünstig war, dass man das Projekt auch so in der Öffentlichkeit Taurus-2 genannt hat, äh, als die Taurus-Rakete, äh, anfing, irgendwie ziemlich teure Satelliten zu vernichten. Und, äh, der Witz ist, schon zuvor, vor diesem ganzen Problem mit der Taurus-Rakete, hatte diese Taurus-2-Rakete den Namen Antares gehabt. Äh, und wenn man, äh, in, in Spaceflight Now, nee, in Spaceflight, in NASA Spaceflight Forum, äh, sich das anschaut, äh, da hat, da wurde das schon, äh, ja, ja, da war der Name Antares, ich weiß nicht, ob der Name Antares schon da war, aber man hatte damals schon gesagt, Taurus-2 ist nur der Projektname, die bekommt noch einen anderen Namen, bevor da irgendwelche Unfälle waren. Aber, ja, nachdem die Unfälle da waren, hat man halt sofort das Geld, sofort, äh, den Namen von Taurus-2 auf Antares geändert. Und alle Leute haben so ein bisschen die Augen verdreht. Mhm. War halt echt mieses Timing. Ähm, ja. Naja, gut. Antares-Rakete, haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen. NK-33-Triebwerke aus Russland, ne, von der, von der, äh, N1F-Rakete, der verbesserten, großen Mond-Rakete der Sowjetunion, äh, die nie geflogen ist und nie gebaut wurde und deshalb die Triebwerke dafür in Lagerhäusern eingelagert wurden und dann irgendwann in die USA kamen, da von Aero-Raketein aufgearbeitet wurden und, äh, bei einer Firma namens, namens, ich komm nicht drauf, äh, Kistel Aeroplane, äh, gelandet sind, äh, nicht nur bei denen, es gab auch noch eine andere, ich glaub Roton oder so hießen die, also es gab mehrere Firmen, die sich für diese Triebwerke, äh, ja, interessiert hatten, äh, es gab keine Firma, die daran, äh, die das geschafft hätte, bis die Triebwerke dann endlich, äh, bei Orbital Sciences gelandet sind und in den, äh, Antares-Raketen verbaut wurden, was, äh, dreimal gut gegangen ist und, äh, beim vierten Mal dann nicht mehr, äh, was ja ein schöner Plautz war im Oktober 2014, äh, einer der schönsten Feuerbälle der, der neueren Raumfahrtgeschichte, sag ich mal. Das war das, wo die Antares-Rakete so kurz abgehoben ist und dann wieder zurückgefallen. Genau, genau das Ding. Ja, äh, seitdem hat man, äh, in Russland RD-181 Triebwerke, äh, bestellt und, äh, seitdem läuft das, wie jetzt auch vor ein paar Tagen, äh, neu demonstriert wurde. Und zwar läuft das Ganze besser als gedacht, also, äh, man hat irgendwie einen Orbit erreicht, der, äh, 30 Kilometer höher war als geplant, ähm, und, äh, die haben schon angekündigt, ja, also in Zukunft werden wir wohl ein bisschen mehr, äh, äh, Nutzlastreserve da haben, also ein bisschen mehr Nutzlast da reinpacken können und trotzdem noch die alten Reserven haben. Jo. Also ist man da doch sehr zufrieden mit den Triebwerken. Aber der Punkt ist halt, äh, durch diese ganzen Schwierigkeiten wahrscheinlich, äh, wurde das Unternehmen halt aufgekauft, ne? Ursprünglich halt Orbital Sciences, dann, äh, gab's diese Fusion von, äh, Orbital Sciences und Alliantech Systems und die wurden ja jetzt vor kurzem für knapp 10 Milliarden Dollar aufgekauft von Northrop Grumman. Und, äh, ja, ja, also ich, ich fand diese Firma, ich, also, ich fand die irgendwie immer so ein bisschen toll, weil die halt, äh, komische Sachen gemacht haben. Ne, also diese Antares-Rakete, äh, alte sowjetische Triebwerke, äh, gebaut in einer ersten Stufe, die im Wesentlichen in der Ukraine, äh, gebaut wurde von Yushchmash. Also die haben so die, äh, die Aufhängung für die Triebwerke gebaut, die haben die Tanks für die Triebwerke, für die ganzen Triebwerke, also für die ganzen ersten Stufe halt so gebaut, ne? Die Steuerelektronik kam dann wohl von jemand anderem, ich hab keine Ahnung, von wem die kamen. Äh, die Oberstufe haben sie halt bei, äh, Theo-Core, beziehungsweise dann halt, äh, Align-Tech-Systems gekauft. Ähm, den Zygnus, also die, die Nutzlastverkleidung kommt, glaub ich, aus der Schweiz oder so. Äh, die, äh. Haben die, die Schweizer haben doch ihre Produktion in die USA verlagert. Ja, kann sein, aber damals war das noch nicht so. Ähm, die, äh, dieses, ähm, der Zygnus-Transporter wird, äh, also irgendwie die, der Antrieb und, also so Steuerung und Antrieb kommt, glaub ich, von, äh, Orbital Sciences selber. Ich mein, Satellit, ne? Das ist halt ein, das ist halt ein etwas merkwürdiger Satellit mit einem sehr speziellen Einsatzgebiet, aber es ist ein Satellit, also das können die. Ähm, aber, äh, den Druckbehälter und so und die Schleuse und so weiter, das hat man alles an Thales Alenia abgegeben, also aus, nach Italien. So heißen, so gut wie gar nichts kommt eigentlich von denen und die haben das halt praktisch nur zusammengestöpselt alles. Irgendwie ist das, ich weiß nicht, zumindest war das immer faszinierend und, äh, weil die das halt alles so, so, so minimalistisch gehandhabt haben. Ja, aber jetzt ist das halt alles, halt alles so ein riesengroßer Verein und das kommt alles in-house, äh, arbeiten ja auch an diesen Next Generation. Launcher oder irgend sowas, äh, der hat noch keinen richtigen Namen, deswegen merke ich mir den nicht. Und da haben wir auch noch nicht allzu viele Details, äh, preisgegeben. Äh, soll wohl irgendwas mit sehr viel Feststoffboostern sein, weil Orbital ATK, also ATK hat ja Feststoffbooster noch in Löcher gebaut. Ähm, ja, wird wohl irgendwann kommen. Ähm, ja, aber so die, diese kleine Firma, die mit 50 Leuten, äh, in der Spitze mal innerhalb von vier Jahren eben so eine Rakete zusammengestöpselt hat, also das ist es halt nicht mehr, ne. Das ist so ein bisschen schade. Ähm, musste sich Theore Call nicht auch nochmal umbenennen wegen der Columbia? Ich weiß nicht, ob die sich umbenannt haben, aber ja, also, äh, zumindest haben die einen sehr peinlichen Teil ihrer Geschichte gehabt, äh, also, was heißt die sehr peinlich? Also, äh, 1986 gab's ja die Challenger-Katastrophe, äh, wo ein Dichtungsring, äh, in so einem Feststoffbooster, äh, undicht wurde und den, äh, Treibstofftank von dem Space Shuttle aufgeschweißt hat und damit das ganze Ding, äh, explodieren hat lassen. Äh, sieben Tote, sehr unschöne Geschichte. Und, äh, ja, Theore Call war dran schuld. Also, die haben dann auch die Freigabe gegeben, dass das okay ist, obwohl es in, also in Florida ist das, startet das Ding, ja, und da gab's Frost, weil es ja hinreichend selten ist. Und, äh, ja, äh, dadurch, also, ja, man sollte dazu sagen, die Space Shuttle-Feststoffbooster bestehen nicht aus einem Teil, sondern aus vier. Äh, jetzt die neuesten hier für die, äh, wie heißt sie gleich, äh, Ares-Rakete. Äh, die besteht dann aus fünf, aber ist praktisch die gleiche Technik, ähm, also aus mehreren Teilen und, äh, zwischen diesen einzelnen Segmenten müssen halt irgendwelche Dichtungen reingepackt werden und diese Dichtungen, äh, bestanden halt einfach aus Gummi. Und, äh, der muss halt dicht halten. Und, äh, dicht halten kann der nur, also, weil das, das Ding vibriert ja und die Abstände verändern sich so ein bisschen immer. Und, äh, der, und man packt dann halt Gummi dazwischen, damit sich der Gummi halt, weil er flexibel ist, äh, sich diesen, diesen Vibrationen anpassen kann und, äh, das Ding halt dicht hält. Äh, wenn's kalt ist, dann ist der Gummi aber nicht mehr so flexibel, wie wenn er warm ist. Und, äh, ja, hat halt nicht mehr funktioniert. Und, äh, ja. Ist nicht so, weil es gefroren hat? Jaja, weil's halt gefroren ist, ne? Weil's gefroren ist, äh, war der Gummi nicht mehr so flexibel, wie er hätte sein sollen. Und, äh, damit hat sie sich das dann halt irgendwann gehabt. Unschön. Äh, ja, und, äh, das, da war halt Theo Cole absolut dran schuld. Äh, ja, und, und, äh, dass die NASA nicht auf ihre eigenen Ingenieure gehört hat, die gesagt haben, dass man den Staat verschieben müsste. Genau. Ähm, hatte übrigens noch ein anderes Nachspiel, das, äh, noch, äh, deutlich spektakulärer war, äh, nämlich das Pepcon-Desaster. Äh, Pepcon war die Firma, die den Treibstoff hergestellt hat für diese Feststoffbooster. Und die hatten sich halt eingerichtet auf, äh, jede, sehr, sehr viele Bestellungen. Also, äh, so Feststoffbooster wiegen halt mal eben so 1000 Tonnen oder so. Ich müsste gucken. Ja, SRB, also Solid Rocket Boosters. Also, ich, ich hab ja meine, ich hab ja meinen Google sehr gut trainiert. Die wissen ja, äh, nee, doch nicht. Ich dachte, bei SRB kommt dann sofort Raumfahrt. Aber nein, da kommt Single Resolution Battle, Single Resolution Board. Ähm, naja, egal. Ähm, SRB Shuttle. Äh, Mist. Äh, wie viel wiegen die Dinger? Wie viel wiegen sie? Wie viel wiegen sie? 600 Kilo. Na, 600 Tonnen. Okay. Also, ne, also jeder Start so 1000 Tonnen Treibstoff. Was in der Größenordnung brauchst du? Und, äh, wenn du geplant hast, okay, jetzt jedes Jahr acht Starts oder so oder zwölf oder wie viele auch immer geplant waren, es waren jede Menge, äh, dann lässt du natürlich einfach die, die Produktion erst mal laufen. Und, äh, ja, dann hast du sehr schnell ein Platzproblem, weil du, du produzierst halt noch, aber es wird nicht mehr abgenommen. Und dann haben die das gelagert in irgendwelchen Plastikfässern. Äh, und zwar, ähm, ähm, was war's? Äh, Ammonium Perchlorat. Und Ammonium Perchlorat macht so 70 Prozent von dem Treibstoff aus. Also, das sind ernsthaft große Mengen, die die dort gestapelt hatten. Das waren ein paar tausend Tonnen. Und das Zeug ist explosiv. Und, äh, diese Plastikfässer waren dafür nicht gedacht. Und irgendwann hat's dort angefangen zu brennen. Oh, das ist natürlich schlecht. Und es gibt sehr schöne Aufnahmen, äh, wie das Ganze explodiert. Mit einer Sprengkraft von ein paar Kilotonnen. Ja, das hat sehr mächtig Plauts gemacht. Pepcon Explosion. Ah, es wird schon hier, weil YouTube Auto vervollständigt. Ja, ja. Ähm. Verdammt, also, das ist jetzt total abgeschwiffen. Ich wollte das, also, ich, ja. Oh ja, das brennt, brennt ja ganz gut. Also, äh. Ja, also, äh, alles, was was mit Chlorat zu tun hat, ist schon mal ein guter Kandidat für ziemlich guter Oxidator und brennt wahrscheinlich recht gut. Also, es gibt gute Gründe, warum Chlorat im Schwarzpulver von irgendwelchen Feuerwerkskörpern nicht erlaubt ist. Äh, in Polenböllern ist das übrigens drin. Deswegen knallen die so schön. Ah, hier gibt's auch, äh, ne, das ist hier vom Discovery Channel, das ist ja. Oh ja, äh, irgendwie, äh, haben die das, äh, von drei, drei Kilometern Entfernung gefilmt. Ja, und, äh, ich finde dieses, dieses Video ist faszinierend, weil da einer war, der schlau war, weil, äh, es gibt, also, es ist halt aus ein paar Kilometern Entfernung und wir wissen alle, wie lange Schall braucht, um von A nach B zu kommen und soll heißen, äh, die Leute haben halt, äh, gesehen, okay, da explodiert was und es gab zuvor schon ein paar kleinere Explosionen und die waren wohl schon ziemlich laut, ähm, und knallt halt dann so ein paar Sekunden später und dann irgendwie so, man sieht so, aha, da ist ein großes, ein großer Feuerball, ähm, man sieht so die Schockwelle, wie sie sich ausbreitet für ein paar Sekunden und, äh, einer schreit dann so im Hintergrund, that's gonna be loud, das wird ziemlich laut. Ja. Und, äh, ich glaube nicht, dass er enttäuscht wurde. Ja, irgendwie ist da auch irgendeine Kuh ins, äh, in die Schockwelle geraten. Ah ja, also, ist, nee, das war, das war alles nicht gut. Also, was da, was da am Boden passiert ist, äh, war alles nicht gut. Also, überhaupt nicht. Ähm, aber, ja, es ist halt so, so dieses übliche, weißt du, es ist sowieso von halbem Ewigkeit passiert, ich war nicht mal im Ansatz in der Nähe und irgendwie ist das halt so, so, so die, das ist halt Geschichte, ne, und, äh, man sieht das dann halt so mehr aus historischem Aspekt und, äh, manchmal denkt man noch dran, äh, da waren auch Menschen. Ich glaube, die meisten waren evakuiert, es gab, glaube ich, nur Verletzte. Ja, das ist. Wenn es doch Tote gab, äh, weiß ich jetzt nicht, hab's nicht im Kopf. Ähm. Können die Leute ja selber gucken. Ja, genau, also, äh, aber schön war's trotzdem überhaupt nicht. Ja, schön war's nicht. Ähm, was auch nicht schön ist, ist, äh, dass X-Core jetzt offiziell pleite ist. Ja. Ähm, genau, äh, hat, äh, letzte Woche Chapter, wie nennt man das? Seven. Chapter Seven. Also, es gibt dieses Chapter Eleven, davon hört man öfter was. Äh, das ist dann einfach nur, wenn's halt heißt, ja, wir können grad nicht bezahlen, aber wir haben hier so ein, so ein, äh, wie nennt sich diese Verwalter gleich? Insolvenzverwalter. Insolvenzverwalter, genau. Also, man geht so in Insolvenz, man hat so einen Insolvenzverwalter und der hat dann die Aufgabe, das Unternehmen wieder wirtschaftlich in richtige, äh, in die, in gute Bahnen zu lenken. Das ist dieses Chapter Eleven und das hatte, das hatten die auch schon vor einiger Zeit, äh, mindestens einmal angemeldet gehabt. Und dann gibt es dieses Chapter Seven in irgendwelchen Regulater, in irgendwelchen amerikanischen Regularien, äh, was dann halt heißt, der Laden wird nix mehr, macht das Ding dicht. Ja. Und das ist halt jetzt passiert. Genau, also es wird, es findet der große Ausverkauf statt, hauptsächlich die Patente für das Triebwerk, was sie entwickelt haben. Ja. Und, äh. Die haben ja ein Triebwerk entwickelt, das ursprünglich für die Oberstufe von der, äh, äh, hier Vulkanrakete, von der ULA mal gedacht war und bis sie sich dann halt, bis sich die ULA dann für was anderes entschieden hat, was glaube ich das RL10 ist oder, oder ne, BE4 war's, ha? Oder haben die sich da überhaupt entschieden? Genau, das ULA ACES Engine Contract, den sie dann verloren haben. Ähm, was ich ganz interessant finde, auf, äh, Parabolic Art gibt es einen, ähm, ein Artikel von Henry Wanderbilt, der mal, ähm, Mitarbeiter und, äh, glaube ich, auch Shareholder bei X-Core war und der so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Äh, und der meint, also. Kann sein, da war was, ja. Also er meinte jetzt, an der Technik soll's nicht gelegen haben, also, meinten, das Triebwerk war irgendwie zu zwei Dritteln fertig entwickelt und, ähm, auch der, der Lynx, äh, war sehr vielversprechend, ähm, aber es ist, äh, das Problem war einfach das Management. Kurzer Exkurs mal, kurzer Exkurs, der Lynx war so der Konkurrent zum, äh, Spaceship One, nee, Spaceship Two gewesen, also sollte so suborbitale, suborbitale Flüge machen, aber nicht von einem Flugzeug aus, sondern vom Boden aus, war halt letztens ein Raketenflugzeug, das, äh, auf 100 Kilometern Höhe, äh, kommen sollte und, äh, auch schon eine kleine Raketenstufe hätte tragen sollen, irgendwann, äh, um dann kleine Raketen, äh, um kleine Satelliten in niedrige Umlaufbahnen zu bringen. Genau, das ist ein. Das war so der Plan. Ein suborbitales, ähm, äh, Raumschiff, was, äh, von einer Start- und Landebahn aus fliegen kann. Also auch nicht wie, wie das Spaceship von irgendwie drunter gehängt werden muss, sondern ich glaub, irgendwie aus eigener Kraft starten und landen konnte. Ähm, und er meint halt hier einfach, äh, dass es hier dieses klassische, äh, Tech-Startup-Phänomen gab, dass das Management, äh, irgendwie versagt hat, dass es irgendwie das sogenannte Founders-Syndrom gibt, ähm, 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 genau, also dass, dass die, dass die Gründer einer Firma, also zu, zu langsam, zu lange brauchen, um zu verstehen, dass sie vielleicht nicht die besten Manager sind und dass sie vielleicht mal einen ordentlichen Manager einstellen sollten, der den Laden langfristig zusammenhält. Ja. Genau, und, ähm, äh, er schreibt hier, dass das einfach, ähm, ähm, äh, dass, dass, das, dass das Ende von X war einfach viel zu lange rausgezogen wurde und dass man da wesentlich früher, ähm, hätte den Stecker ziehen sollen. Und, ähm, das ist ja irgendwie, dass dann, ich glaub, drei der vier Gründer sind dann irgendwie abgesprungen. Ich glaub, einer ist an Krebs gestorben, einer wurde von Trump zu irgendeinem Administrator ernannt. Genau, das war irgendwie das Letzte, ja. Genau. Und ich glaub, einer wurde von, äh, die Deep Space Industries, von so einer Asteroidenbergbau-Firma weggekauft. Ähm, ja, kann sein. Irgendwie. Ähm, ja. Es ist jetzt halt einfach vorbei. Die haben auch irgendwie, ähm, mal so ein, 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 ein Flugzeug mit Raketenantrieb gebaut, den Rocket Racer. Ja, ja, der Easy, Easy Racer oder so. Genau. EZ irgendwas. Genau, weil es gab mal die Rocket Racing League, die es jetzt halt auch nicht mehr gibt. Äh, die, die gab es, äh, tatsächlich gab's die nie. Also, äh, die bestand halt bloß daraus, dass man mal die Flugzeuge irgendwie demonstriert hatte. Äh, waren aber, äh, tolle, tolle Flugzeuge, sahen cool aus, äh, basierten irgendwie auf, äh, auf einem anderen, äh, auf einem anderen Flugzeug. Flugzeug, das es mal als Prototypen gab, äh, Easy Jet oder, oh, ich hab keine Ahnung. Ah, warte, warte, ich, äh. Ich müsste gucken hier. Äh, Easy Racer. Daran hatte ich nämlich nicht mehr gedacht, äh. Na, es gab, es gab den, äh, es gab den, äh, Rocket Racer, den sie gebaut haben. Genau, Easy Rocket und ich fahre mich gerade, Ruten Long Easy, genau. Genau, genau, das basierte auf einem anderen Flugzeug von, von, äh, Bert Ruten. Und Bert Ruten ist ja der Typ, der übrigens auch dieses, äh, Spaceship One damals entwickelt hat. Genau, ähm, äh, äh, ja, diese, diese, sie sind auch noch nicht ganz schuldenfrei, ähm, äh, der letzte Satz in dem Artikel von Parabolic Arc ist, dass sie dem Mojave Air and Spaceport noch 42.322 Dollar in Hangarmiete schulden, ähm, die sie noch nicht bezahlt haben. Keine Sense? Nein, keine Sense. Ich glaube, da haben sie aufgerundet. Okay. Genau. Ja. Und, ähm, genau hier, äh, äh, genau, der letzte, äh, Gründer wurde dann im Juli 2017 von Deep Space Industries abgeworben. Bin ja mal gespannt, wann diese, äh, diese Spaceport America pleite geht. Ja, das ist, ähm. Das ist, das ist eigentlich die viel größere Frage dabei. Das ist ja auch bloß, das ist ja so ein Ding, das wurde da in die Wüste gesetzt, äh, viel, also total überbaut, viel zu groß, äh, für alles, was da jemals reingekommen ist. Und, äh, die haben ja jetzt noch eine andere Firma verloren, die dort, äh, äh, gemietet hat, ne? Äh, welche? Äh, na, Arka. Äh, ja, genau. Noch nicht, noch nicht ganz, aber, äh, ich sage mal, äh, ich sage mal, an dem Punkt, wo der CEO einer Firma verhaftet wird, wegen, äh, ich weiß nicht, was waren es, neun Fälle von Betrug und, was weiß ich, wie viele von Unterschlagen. Naja, Bayern, den FC Bayern München gibt's ja auch noch. Äh, okay, okay, gut, ja. Ähm, aber an dem Punkt sollte man doch meinen, dass es der Firma nicht allzu gut geht und dass sie wohl auch ihre Miete nicht mehr allzu lange, äh, bezahlen können wird, insofern sie das jemals getan hat. Ähm, ähm, Arka, über die hatten wir uns, äh, vor ein paar Ausgaben irgendwie schon mal unterhalten, ähm, ist ja so eine Firma, äh, die, äh, ja, die wollte ja so eine Single-Stage-to-Orbit-Rakete bauen, ähm, wo ich ja da schon sehr skeptisch war, ob das überhaupt gehen kann. Also, ich hatte mich, glaub ich, so ausgedrückt, na, physikalisch ist es an der Grenze, aber sie werden sehr schnell da, dann feststellen, dass es mit einer zweiten Stufe sehr, sehr viel besser laufen wird. Hat schon seine Gründe, warum das niemand vorher etwas gesucht hat. Genau, irgendwie sowas war das, äh, was ich da gesagt hatte. Ich google das grad mal nach, was wir da, ähm, äh, äh. Ich weiß es halt nicht mehr, den Wortlaut von dem, was ich gesagt hatte, äh, also, ähm. Nee, es war schon Folge 52. Hört das irgendwas? Echt? Ja, ja. Boah. Genau, ich, genau, wir haben gesprochen, ARCA wird Aerospec-Triebwerk am Spaceport Amerika testen. Ähm. Genau, das ist vom Juni 2000, 18. Juni 2017. Okay. Ach, das ist die, das ist die Rakete, die aussieht wie so ein großer Textmarker. Genau, genau. Jaja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich auch, dass du gesagt hast, äh, wahrscheinlich nicht. Ja. Genau. Ähm. Aber, ja, ist halt so, ne? Äh, ist halt wie es ist, äh, und, äh, stellt sich raus, halt, äh, der CEO ist wohl doch eher ein Betrüger. Äh, nicht nur bei dieser Firma. Also, also diese Firma sieht irgendwie sehr nach Betrug aus, ne? Ja, warum? Hast du mal irgendwie konkrete Hinweise? Ja, wie gesagt, technisch war es halt mehr als gewagt. Äh, die, die Preise waren extrem niedrig. Äh, also irgendwie für eine Million oder so hieß es, irgendwie eine halbe bis eine Million Dollar, äh, für eine Rakete, die doch erheblich größer sein müsste als alles, was an, an kleinen Raketen, äh, vorhanden war. Äh, äh, mit Technik, die, äh, doch sehr anspruchsvoll ist, also so von wegen Kohlefasertanks und, äh, diese, äh, Aerospike, die, die Entwicklung von dem Aerospike, äh, und so weiter, wo man dann halt sagen kann, okay, äh, wo wollt ihr jetzt genau das Geld einsparen? Äh, dass das Ding halt weniger als fünf Millionen Dollar kostet, wie die Elektron-Rakete oder sowas. Äh, ja, ja, wie gesagt, es, es wundert mich nicht unbedingt und, äh, es gibt eine Menge Videos, äh, die von Parabolic Arc in den Kommentaren werden, jede Menge Videos, äh, verlinkt, äh, wo dann halt so gezeigt wird, wie die sich selbst, äh, dargestellt haben. Äh, und die haben übrigens auch Aktien verkauft und so weiter, ne? Die wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel wert sind. Wahrscheinlich nicht, nee. Ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn, wenn Leute verhaftet werden. Ja, ist ein sehr schlechtes Zeichen. Aber sie haben ja immerhin eine Rakete gebaut, also es waren ja Dinge da, die man anfassen konnte. Ja, man konnte die anfassen und konnte dann feststellen, dass die im Wesentlichen aus Sperrholz bestanden. Also, äh, nee, also das ist, nee, also, äh, im Gegensatz zu Vector, also Vector Space Systems, ich glaub, mit denen hast du das verwechselt. Wir haben ja tatsächlich eine Rakete gestartet, die war noch, der hat noch nichts viel mit dem zu tun. Nee, aber ich hab doch hier das Foto von, von der, äh, von der AK-Rakete auf dem Truck. Äh, ja, das Ding ist ein Sperrholz-Modell. Ah, okay, gut, ja, das ist, ähm, hm, äh, schwierig, wenn man dann damit in den Weltraum fliegen will. Ja, genau, ähm, also, ja, was soll man sagen? Genau, ähm, nee, ich hab das nicht mit Vector verwechselt, aber ich hab das halt, äh, ich hatte halt da mehr, mehr Zuversicht. Naja, ähm. Apropos Elektron-Rakete, äh, die ich jetzt mal kurz angesprochen hatte, irgendwie, äh, sie ist wohl jetzt, äh, an der Startrampe angekommen und soll irgendwann in den nächsten Wochen bis Monaten, aber noch in diesem Jahr, also innerhalb der nächsten sechs Wochen wahrscheinlich, irgendwann fliegen. Also, zum zweiten Flug, still testing. Still testing. Ja, still testing und, äh, ja, hoffen wir mal, dass daraus was wird, ne? Ja, vom Google Luna Express hört man da grad nicht mehr so viel, oder? Nee. Tut sich nichts. Nee, nicht so richtig. Schade. Ähm, vielleicht kommt's ja noch, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, äh, wer auch nicht so viel Zuversicht anscheinend hat, ist die NASA in ihrer eigenen Rakete. Ja. Ähm, denn es wurde jetzt der, der, ähm, der finale Review der, des ersten Orion-Fluges, also EM1, ähm, abgeschlossen. Und, ähm, äh, und, ähm, 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 äh, der eerste, der erste Ohren-Raum-Schiffes mit einem, ähm, mit der SLS-Rakete durchführen möchte und dann halt, äh, auch die Taktfrequenz danach einhalten will, dass man halt, äh, dieses ganze Deep Space Gateway aufbauen kann. ähm, aber so, sagen wir mal so, so unter der Hand sagt man, ach, könnte auch, könnte auch vielleicht Juni 2020 werden ähm, äh, also man, man, äh, man, man will da vielleicht so diesen, schon mal die Erde voraufweichen, so nach dem Motto ähm, wir haben ja schon irgendwie 2017 gesagt dass das 2020 werden könnte, also man will sich da diese Option nochmal sechs Monate nach hinten zu rutschen, so mal so quasi in den Raum stellen, ohne dass man zugeben will, dass es vielleicht, also man sagt natürlich, wir halten fest an dem 2019 Ziel fest, aber es könnte natürlich immer sein, äh, wenn die Sonne ungünstig steht, dass wir 2020 fliegen. Ich glaube irgendwie der, der interne Report sagt halt irgendwie, ja, es wird mindestens sechs Monate länger dauern. Und man sagt dann halt bloß offiziell, ja, es wird was. Genau, also Robert Lightfoot, der ja zur Zeit immer noch, äh, Managing Director auf der NASA ist, ähm, sagt, sagt natürlich öffentlich, dass es 2019 wird, äh, 2000, ja, 2019 ist schon eher wahrscheinlich, ähm, 2019 wird, ähm, aber ich glaube, wir können uns mal darauf einstellen, dass es eher Sommer 2020 werden wird, bevor die SLS-Rakete das erste Mal fliegt. Ja. Oder gibt's da, gibt's, gibt's vor EM1 schon mal einen Testflug der SLS-Rakete ohne Raumschiff? Nee. Nö, nö. Äh, anders als, äh, damals irgendwie bei der, bei der ARIS-1X-Rakete, wo man ja, äh, für eine schlappe halbe Milliarde, äh, mal eben noch einen Prototypen zusammengebastelt. Das ist diese Rakete, die so ein bisschen, äh, Kopf, Kopflastig war. Genau, genau. Ja, die immer noch, also ich sehe die immer noch so in den Film und so, als, als, äh, Stock-Futage. Das finde ich mal sehr lustig, wenn die Rakete für irgendwas gezeigt wird. Ja, wo halt wirklich oben drauf war nix, was irgendwie funktionieren konnte. Das war einfach bloß so ein Massensimulator. Und, äh, noch nicht mal das hat alles funktioniert, weil die Abtrennung irgendwie, irgendwie schiefgegangen ist. Also, ja, das war eine sehr peinliche und sehr, sehr teure Angelegenheit, äh, dieses Ding zu bauen, weil, ähm, selbst da hatte man ja so ein Vier-Segment-Booster unten drunter gehabt und dann irgendwie noch so ein fünftes Dummy-Segment obendrauf gebastelt. Äh, während das eigentliche, äh, die eigentliche Rakete ja mit fünf Segmenten fliegen sollte, aber mit fünf Segmenten hatte man den Booster noch nicht entwickelt gehabt. Und, äh, ja, das war halt alles so noch Bush-Administration, äh, die Zeiten, als man noch glaubte, ja, so schlimm wie Bush wird's ja nicht nochmal in den USA, ne? Ja. Ja, wir erinnern uns. Äh, jetzt ist ja Bush der Gute. Ja, ja, also, äh, ich hab ja damals schon öfters gesagt, äh, äh, wenn, ja, irgendwann kommt der nächste Bush, dass das so schnell wieder kommt. Ja, und das halt noch schlimmer geworden ist, naja. History is a flat circle. Ja, 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 ja. Ähm, ja, übrigens, Mike Duncan, ne, äh, äh, hat ja ein Buch geschrieben, äh, The Storm Before the Storm, äh, und ich mach jetzt einfach auch Werbung, weil ich hab das Buch schon, ich kann es lesen, und, äh, es ist gut, es ist gut geworden, äh, es beschreibt die Zeit, äh, nicht, als Julius Cäsar, äh, sich zum Imperator, äh, äh, ja, ernannt hat und dann die Republik beendet hat, sozusagen, sondern um die ganze Zeit davor, wie das entstanden ist, und, äh, es gibt da gewisse Parallelen. Hm, also meinst du, dass... Spoiler, Spoiler Alert, äh, es gibt gewisse Parallelen zwischen der Zeit, äh, vor dem Ende der Republik, äh, Roms, äh, und der heutigen Zeit, äh, in den USA. Mhm, supi. Übrigens, äh, geschrieben, als, als Trump noch irgendwie so, äh, eher lächerlich war, ne? Mhm, ähm, vielleicht, äh, vielleicht hoffen wir dann doch auf den Asteroiden. Hm. Ajo. Äh, also, äh, also, äh, ja, soll ich sagen, also, äh, die, die Kampagne, also, der hat ja damals eine riesengroße Kampagne gemacht, äh, um dieses Buch, äh, verkauft zu kriegen und möglichst in die Bestsellerlisten zu kriegen. Äh, hat er geschafft. Äh, Platz acht in der New York Times Bestsellerliste. Äh, und, äh, soll heißen, äh, die Kampagne ist vorbei, aber man kann immer noch Werbung für dieses Buch machen, das ist nämlich gut. Ja. Ähm, meine Themen sind durch, äh, du hast auch noch ein bisschen was. Ich hab noch, ich hab nämlich, äh, beim letzten Mal leichtsinnigerweise ein Thema angekündigt, äh, ähm, ähm, über Ionentriebwerke. Äh, ich hatte ja gesagt, dass, dass, äh, das X3-Ionentriebwerk, äh, getestet wurde, äh, von der NASA, was das Größte seiner Art ist, ähm, und zwar, also, was heißt hier Ionentriebwerk? Eigentlich so ein Plasmatriebwerk. Äh, ja, also, es gibt da so komische, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was die Unterscheidung ist, ähm, äh, ob's jetzt schon Ionentriebwerk, ob's schon Plasma oder noch Ionentriebwerk heißt. Äh, kommen wir gleich drauf. Es ist ein Halleffekt-Triebwerk. Und, äh, ja, wir sind dann irgendwie, äh, bei der Aufnahme drauf gekommen, äh, das Wasimir-Triebwerk gibt's ja auch noch. Und wir hatten uns noch nie über das Wasimir-Triebwerk unterhalten. Dann tun wir das doch jetzt. Und daraufhin hatte ich dann spontan beschlossen, ähm, wir unterhalten uns da später mal drüber, weil das führte da zu weit. Ja, jetzt ist es soweit. Ähm, okay. Äh, äh, Ionentriebwerk. Ähm, ähm, gibt's hier eine ganze Menge. Meistens ziemlich kleine. Äh, die, die größten und leistungsfähigsten haben so elektrische Leistungen im Bereich von ein paar Kilowatt. Also so vier, fünf, sechs, ich glaub, sechseinhalb ist das Größte jetzt zur Zeit, was so in, in, im, ja, im Einsatz ist. Also so ein paar Kilowatt halt ist so üblich. Und, ja, umso mehr Leistung, umso mehr Schub haben die Dinge, umso mehr, äh, Masse kann man damit beschleunigen, äh, langsam beschleunigen, aber immerhin. Und, äh, äh, es gibt da eine Firma namens Ad Astra, äh, die einen anderen Vorschlag hatte. Nämlich den Vorschlag für ein Plasma-Triebwerk, ein variables Magneto-Eutron. Ähm, ich, ich, ich merke es mir einfach nicht, wie es heißt. Wie heißt's? Äh, Variable-Specific-Impulse Magneto-Plasma-Rocket. So heißt sich das, so nennt sich das ganze Ding, also ein Plasma-Triebwerk mit variablen spezifischem Impuls, ähm, das viel mehr Leistung haben sollte als die kleinen Ionentriebwerke, die man damals hatte. Nämlich anstatt von nur ein paar Kilowatt gleich mal 200, äh, was ja ganz ordentlich ist. Und, äh, für sehr lange Zeit, äh, war das, und davon gibt's richtige Prototypen und das Ding wurde richtig, äh, in, in Vakuumkammern getestet, noch und nöcher. Äh, es gab immer wieder die Ankündigung, ja, wir hängen das Ding an die ISS dran. Äh, das war noch zu seligen Zeiten, als das Space Shuttle geflogen ist und die internationale Raumstation deswegen, äh, in sehr niedrigen Orbits geflogen ist und regelmäßig, äh, der Orbit wieder angehoben werden musste und das Ganze in erheblichen Anteil des, äh, Nutzlastbedarfs, äh, darstellte, weil das Ding halt jede Menge Treibstoffe dabei verbraucht hat. Und da hieß es halt, hey, wir packen einfach ein Plasma-Triebwerk da dran, das richtig viel, äh, ja, das halt, äh, ordentlich, äh, spezifischen Impuls hat und deswegen wenig Treibstoff verbraucht und, äh, dann braucht man nicht mehr ganz so viele Frachtflüge dahin. Ähm, das ist, daraus ist nie was geworden. Dann hieß es, ja, wir können dieses Triebwerk benutzen, um innerhalb von 39 Tagen zum Mars zu fliegen und alles Mögliche hat man damals damit gemacht, äh, oder gesagt, was man damit machen kann. Äh, tatsächlich ist es nie so richtig, äh, ist nie so richtig geflogen. Ähm, ja, äh, worauf basiert das Ganze? Also, äh, man hat da sozusagen ein, äh, ein Plasma-Triebwerk mit Nachbrenner gemacht. Äh, nicht wirklich ein Nachbrenner, weil da passiert nichts, was irgendwie chemisch, äh, relevant wäre, sondern, äh, was man gemacht hat, man hat halt, äh, das Gas erstmal in eine Kammer reingebracht, äh, wo praktisch, äh, mit, ähm, mit Radiowellen, äh, ein Teil von dem Gas ionisiert wurde. Und das Ganze wurde dann in ein starkes Magnetfeld reingebracht, wo es dann nochmal richtig, äh, beschleunigt, nochmal weiter aufgeheizt und wurde und es gibt dann ein paar, äh, ein paar Effekte, die dafür sorgen, dass man, dass sich in so einem, innerhalb von diesem Magnetfeld, äh, elektrische Felder, ähm, bilden können. Äh, das liegt einfach daran, dass so ein Plasma, ähm, aus freien Elektronen und aus den, ja, aus den, äh, äh, Atomkernen des Plasmas, äh, zusammensetzt. Und die Elektronen sind sehr, sehr, sehr viel leichter als die Atomkerne und, äh, können sich dadurch auch besser, äh, äh, ja, können sich besser, nein, äh, werden dadurch stärker beeinflusst von dem Magnetfeld, weil es halt sehr wenig Masse haben. So heißen alle Kräfte, die auf die wirken, äh, sind, haben einen sehr viel größeren Einfluss darauf, wie sich diese Elektronen bewegen werden, als auf die schweren Atomkerne, die halt einfach mehr Masse haben, die haben mehr Trägheit und können sich da über, äh, irgendwelche Magnetkräfte etwas leichter hinwegsetzen. Und dadurch trennen die sich halt so ein bisschen und wenn sich halt, äh, einmal die positiv geladenen Atomkerne und die negativ geladenen Elektronen ein bisschen getrennt haben, dann hat man, ja, man hat halt ein elektrisches Feld und, äh, mit diesem elektrischen Feld kann man dann halt, äh, Teilchen beschleunigen und, äh, das und noch ein paar andere Effekte, äh, kann man dann benutzen, um halt ein Raketentriebwerk, ein, äh, Plasmatriebwerk zu bauen. Und, äh, ja, das Ding, also braucht supraleitende Magnete und, äh, alles Mögliche, ist halt ein relativ kompliziertes Ding, auch nicht übermäßig effizient, aber konnte dafür halt, äh, eine ganze Menge, eine ganze Menge Leistung verarbeiten. Und, äh, ja, äh, tja, was soll man sagen, äh, die NASA hat ein, äh, Haltriebwerk gebaut, sehr einfach aufgebautes Triebwerk, braucht, äh, nur ein einfaches Magnetfeld, äh, und macht, äh, letzten Endes, äh, vom Sinn her das Gleiche. Also erzeugt ein Plasma, beschleunigt das Plasma und, äh, hat auch, kann auch, äh, variabel einstellen, wie, ähm, wie stark das beschleunigt werden soll, ähm, weil, ähm, umso stärker du das Plasma beschleunigst und hinten rausschmeißt, umso mehr elektrische Leistung brauchst du natürlich dafür. Ähm, und du hast halt immer so die Wahl, entweder beschleunigst du dein Plasma besonders schnell und, äh, hast damit einen hohen spezifischen Impuls und einen sehr geringen, äh, Treibstoffbedarf, oder, ähm, du beschleunigst nicht ganz so schnell, äh, hast dadurch ein, ein weniger effizientes Triebwerk, hast einen höheren Treibstoffbedarf, aber brauchst nicht so viel Strom dafür. Und, äh, das kann man dann halt bei solchen Halttriebwerken in gewissem Rahmen dann auch einstellen. Und, äh, ja, die NASA hat halt so ein Halttriebwerk gebaut und das halt, äh, richtig groß gebaut, äh, groß im Sinne von, äh, das Ding wiegt mal so eben eine Vierteltonne, also so 250 Kilo. Mhm. Und, äh, äh, verarbeitet halt auch mal eben 200 Kilowatt an Strom, ist dabei ähnlich ineffizient wie das, äh, wie das Wasimir Triebwerk, also irgendwie so 50, 60 Prozent oder so vom Strom wird halt umgesetzt in Schub. Und der Rest in Wärme, was, äh, immer so ein Problem ist, weil, äh, du willst eigentlich nicht, dass irgendwelche Teile innerhalb dieses Triebwerks schmelzen oder so. Wäre ein bisschen blöd. Also irgendwie diese, diese Wärme muss irgendwie, äh, behandelt werden, also diese Abwärme ist halt, äh, ja, ist, ist halt immer so ein Problem, aber die kriegen das hin. Und, äh, es gibt jetzt einfach sehr wenig Grund dafür, dieses Wasimir Triebwerk, äh, weiter zu haben. Äh, ja, bisschen schade. Äh, ja, also, ja, und vor allen Dingen dieses Wasimir Triebwerk, äh, ist halt auch schwerer. Äh, das, äh, das X3, äh, als so ein Halttriebwerk, ist halt einfacher aufgebaut. Und äh, ja, das ist halt so ein typisches Ding. Also wenn man Technologie hat, die bewegt sich meistens vom Primitiven hin zum Komplexen hin zum Simplen, sage ich immer. Also man hat halt am Anfang, freut man sich, dass überhaupt irgendwas passiert und man baut halt irgendwie eine primitive Technik, die halt irgendwie so grob funktioniert erst mal. Dann kommen irgendwelche Techniker und sagen, ah, an der Stelle können wir noch ein bisschen was tun und wir können dann noch was anbauen und dann wird das etwas besser. Dann können wir die Leistung etwas verbessern. Und dann kommt der nächste Techniker und findet noch eine Stelle, wo man noch was anbauen kann und dann wird es noch besser. Und so stückweise wird dann die Technik immer komplexer. Und dieses Wasimir Triebwerk ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen daran. Also es sind halt drei, vier verschiedene Techniken, um dieses Plasma noch ein bisschen weiter aufzuheizen, die man da verwendet hat. Und halt wie gesagt, ja, superleitende Magnete und alles mögliche hat man mit drin gehabt, was das Ganze halt sehr komplex gemacht hat. Und dann kommen Techniker und gucken sich das alles nochmal ganz in Ruhe an und sagen dann, hey, ich habe eine Idee, wie man das ungefähr genauso machen kann, plus total simpel. Und meistens ist das dann die Technik, die sich durchsetzt. Und ja, Heiltriebwerke sind halt, wurden damals halt in Russland entwickelt oder halt ausgereift, dass man die halt benutzen konnte. kamen dann nach Europa und wurden da dann halt nach Europa und in Amerika und wurden dann halt dort auch benutzt. Davor hatte man in Amerika und Europa hauptsächlich diese Critted Ion Trusters, also diese Ionbriebwerke gehabt, die ja im Wesentlichen daraus bestehen, dass man zwei Gitter hat, die unterschiedlich elektrisch geladen sind. Und ja, dann hat man halt Spannungsdifferenz, man hat geladene Teilchen. Mit Spannungsdifferenz kann man geladene Teilchen beschleunigen, wenn man hat ein elektrisches Feld. Und klingt gut, funktioniert, ist auch effizienter als diese Plasma-Triebwerke, auch als das Halttriebwerk. Hat aber ein Problem, weil du kannst diesen Ionen in dem Ionentriebwerk nicht verbieten, gegen diese Gitter zu knallen, die elektrisch geladen sind. Und du kannst denen auch nicht sagen, bitte fliegt jetzt nur durch die Löcher und nicht gegen dieses Metall. Weil dieses Metall ist elektrisch aufgeladen und zieht die eigentlich sogar an. Also die Idee dahinter ist praktisch, du benutzt dieses Gitter, um die geladenen Teilchen anzuziehen. Und bis dahin sind die schon so schnell, dass die durch die Löcher in dem Gitter durchfliegen und dann hinten rausfliegen. Das ist so ein bisschen die Idee. Das Problem ist halt nur, die sind dann ziemlich schnell und einige davon knallen halt doch gegen das Gitter und machen das Gitter dann irgendwann kaputt. Das könnte ein Problem sein. Das begrenzt die Lebensdauer von den Dingern. Also du hast dann halt, ich meine, du kannst die immer noch für ein paar tausend Stunden oder so benutzen, aber irgendwann sind sie halt kaputt. Und ja, Halttriebwerke haben halt eine riesengroße Öffnung. Und ja, da geht nicht viel kaputt. Also die kann man halt wirklich so bauen, dass die praktisch ewig laufen. Da sind dann irgendwie andere Teile, die dann halt irgendwie kaputt gehen können, aber die sind halt nicht so anfällig wie diese Gitter in den herkömmlichen Ionentriebwerken. Jo, was bringt's? Man hat dann potenziell halt echte Triebwerke, die richtig viel Leistung bringen können und dann auch große, schwere Raumschiffe und nicht nur kleine, leichte Raumesonden beschleunigen können. Jo. Aber warum ist es jetzt schade, dass das Vasi-Mir-Triebwerk, oder wie heißt das? Jaja, also Vasi-MR, aber... Aber warum, wenn das X3 doch besser ist? Ja, deswegen ist das... Ich mag halt so komplexe Technik. Es ist halt doch irgendwie toll, dass man das so zusammengebaut hat. Weiß nicht, also es ist halt so, es hat eine eigene Faszination halt. Es ist immer ein bisschen schade, wenn so eine Technik dann halt nie zum Einsatz kommt, weil irgendwer um die Ecke kommt und sagt, das geht doch viel einfacher. Und gleichzeitig ist das natürlich auch faszinierend, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, ich hab eine Idee, ich mach das hier total simpel. Ich find halt beides toll irgendwie und dann immer so ein bisschen schade, wenn sowohl das eine als auch, wenn das andere dann verschwindet. Ja, vielleicht kann das eine ja am anderen aufgehen. Ja, wer weiß. Übrigens, die Idee für dieses Vasi-MR-Triebwerk stammt letzten Endes aus Experimenten zu Fusionsreaktoren. Weil da spielt man ja auch ziemlich viel mit Plasma rum und versucht, dieses Plasma einzuschließen. Und hat sehr oft festgestellt, ja, wir können dieses Plasma nicht völlig einschließen. Irgendwie an einem Ende kommt's raus. Und man hat sich dann halt so gedacht, hey, wir können ja dieses Plasma einschließen und aufheizen. Und wenn's dann auf der einen Seite rauskommt, hey, das ist ein Triebwerk. Das ist ein Rakettentriebwerk. Und so oder so ähnlich ist das entstanden. Und das ist so, das ist immer so ein bisschen das Paradebeispiel gewesen für Kernfusionsforschung. Hat uns zwar noch keine Kernfusion gebracht, aber guckt mal da. Naja, das wohl auch noch nicht so ganz. Tja, aber war trotzdem, es war eine gute Idee. Man hat das halt auch verfolgt und man hat es auch gut weiterentwickelt. Wer weiß, vielleicht wird das doch nochmal irgendwann eingesetzt, weil es irgendeinen anderen Vorteil hat. Aber ich seh's nicht so ganz. Okay. Was hast du zu dem Thema? Ich denke. Denkst du? Dann, ich weiß nicht, was du, ich bin jetzt tatsächlich außer meinen Themen schon durch. Du hast hier noch was mit dem X37 stehen. Ja, und den Dream Chaser, der ist mal gegleit getestet worden. Ja, red erstmal über den Dream Chaser, das ist aktueller. Genau, also Dream Chaser ist ja dieses Mini-Shuttle, das von der Sierra Nevada Corporation entwickelt wird. Und die ISS mit Fracht versorgen soll. Die haben ja einen Auftrag dafür bekommen, was irgendwie etwas merkwürdig ist, weil eigentlich hatten die das Ding eingereicht für die bemannten Flüge. Äh, bemannt oder befraut, je nachdem. Mit Besatzung. Mit Besatzung, genau. Ja, ich wollte es mir abgewöhnen und das ist durchaus ernst gemeint, dass ich mir das abgewöhnen will, mit diesen bemannten Raumschiffen, weil, also Leute, es sind wirklich nicht nur Männer da drin. Äh, und ja. Ähm, ja, die haben es eigentlich dafür eingereicht gehabt, aber die haben nur so einen halben Auftrag bekommen. Äh, also, äh, Boeing hat ja einen gekriegt, äh, für das, äh, CST und, äh, SpaceX für den Dragon. Äh, und, äh, die wurden dann halt so, haben so einen halben Auftrag gekriegt, ja, also, ihr werdet niemanden damit starten können, aber wir geben euch noch so ein bisschen Geld für die Entwicklung. Einfach bloß, um sich die noch ein bisschen warm zu halten und zu sagen, naja, wenn es mit dem einen nichts wird, dann haben wir noch was in der Hinterhand. Aber, äh, ja, damit konnten die halt auch nicht so richtig, äh, letzten Endes das Ding weiterentwickeln. Und, äh, haben dann aber gesagt, ja, wir können ja auch eine Frachtversion von dem Ding bauen. Was so eine etwas merkwürdige Sache ist, äh, weil de facto ist in dem Ding nicht allzu viel Volumen drin. Es hat wirklich für menschliche Fracht gedacht und nicht für, nicht für Frachtfracht. Ähm, und mussten sich dann irgendwie was ausdenken, dass man dann noch ein Modul hinten dran baut, was, glaube ich, irgendwie von Thales Alenia auch wieder kommt oder so. Es kommt, glaube ich, irgendwie aus Europa, äh, wo dann halt noch ein bisschen mehr Volumen drin ist. Ist alles eine sehr merkwürdige Angelegenheit. Äh, aber sie haben halt, äh, damit tatsächlich den Auftrag gekriegt, äh, ihre Frachtversion da zu bauen und dann Fracht zu liefern. Und, äh, ja, hat natürlich den großen Vorteil, äh, weil es halt auch ein relativ unkonventionelles Design ist, ne? Es ist halt so ein Mini-Shuttle und, äh, man hat denen wahrscheinlich nicht gleich zugetraut, dass die gleich, äh, von Anfang an da problemlos das Ding fliegen können. Und hat denen dann halt diesen Auftrag gegeben für die Nutzlast. Und, äh, dadurch kann sich das halt erstmal bewähren und, äh, dann können die halt unter Beweis stellen, dass das funktioniert. Und wahrscheinlich werden sie dann im nächsten, äh, äh, Crew, äh, wie heißen die Dinger eigentlich genau? Äh, äh, Sie? Was meinst du? Commercial Crew Transportation, ne? In den nächsten Verträgen für diese kommerziellen Crew, äh, Ja, ja, Commercial Crews. CC, äh, meinst du CC Dev? Commercial Crew Development? Genau das. Genau. Ja, ja, also die, für die nächsten Commercial Crew, äh, Aufträge werden die dann wahrscheinlich auch mit berücksichtigt werden. Ja. Ähm. Und die haben halt jetzt einen Testflug gemacht, der war erfolgreich, im Gegensatz zum letzten Testflug, der, äh, damit endete, dass von den beiden Rädern, die das Fahrwerk ausmachen, also, hat vorne eine Kufu und hinten zwei Rädern und, äh, eins dieser beiden Räder ist nicht ausgeklappt und, äh, der, äh, Landeversuch, äh, endete dann ganz am Ende, äh, etwas unschön. Ja. Ähm. Äh, äh, hier ist auch, äh, auf der Wikipedia-Artikel steht, dass der, äh, dass Dream Chaser Cargo F1 2020 fliegen soll mit einer Atlas V. Ja. Äh, äh, gibt auch immer noch Pläne, das mit einer Ariane 5 oder Ariane 6 Rakete starten zu können, äh, die hatten auch angeboten, dass, äh, dass da irgendwie für die Aufträge, äh, irgendwie andere Missionen vielleicht fliegen könnten, für die ESA, also, die haben das, äh, überall auf der Welt angeboten, um vielleicht doch noch irgendwie da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Umsatz, ein bisschen mehr Geld damit zu machen, äh, kann man ja auch gut verstehen, ne? Mhm. Ähm, ja. So. So, hier angedockt, äh, in der künstlerischen Darstellung an den IDA, International, International Docking Adapter am Columbus-Modul. Ja. So, bleibt noch ein Thema, von einem geflügelten Dingsi, äh, das zur Erde zurückfliegen kann. Ja. Nehme ich das X-37, äh, übers X-37, äh, übers X-37 habe ich einen Artikel geschrieben, der, äh, ich weiß gar nicht, ob er schon veröffentlicht wurde oder noch veröffentlicht wird in der Flugrevue, ähm, wurde ja, äh, vor einiger Zeit, äh, gestartet mit einer Falcon 9 Rakete, so wunderbarerweise, äh, nachdem das Militär halt, äh, nachdem, äh, SpaceX die Berechtigung bekommen hat, militärische Nutzlasten starten zu dürfen. Ähm, ja, und dieses X-37 Trieb, Triebwerk, der Werner Pluter bei, bei Golem, der, der macht schon immer Scherze über mich, wenn ich, äh, ständig über Raketentriebwerke schreibe. Und er hat vollkommen recht, äh, ähm, ja, äh, nein, äh, also das, das X-37, äh, ja, Flugzeug sozusagen, Raketen, also Raumschiff, äh, ja, gilt ja so ein bisschen als das offenste Geheimnis, äh, der Raumfahrt, weil es ist halt ein, ein militärisches Geheimprojekt, aber war ursprünglich halt das X-37 Projekt von der NASA, von daher war da ziemlich viel davon bekannt, vorher schon, ähm, und wurde dann halt irgendwann bloß übernommen und dann hat's halt das Militär sich sozusagen angeeignet, äh, von daher ist das immer ein bisschen lächerlich, äh, wenn, wenn das dann halt so als geheime Nutzlast, äh, bezeichnet wird, äh, es gibt deswegen auch relativ viele Bilder davon. Nun, ja, ähm, ein bisschen besondere Sachen hat das Ding schon, weil es ist, äh, es basiert halt letztendlich auf, äh, Technologie, die, die man fürs Space Shuttle noch nicht entwickelt hatte, ähm, ja, äh, vor allen Dingen, was den Hitzeschutz angeht, also man hat, äh, für die Hitzeschutzkacheln, ähm, und, äh, ich werde dir mal ein bisschen was verlinken, äh, wenn ich's finde, ähm, man hat dafür einen, äh, Hitzeschutz namens Tufrock entwickelt und patentiert, ähm, ähm, und, äh, der besteht aus einem anderen Material, das man ebenso entwickelt und patentiert hat und das nennt sich Rocky und, äh, ja, also zusammen ist das halt sozusagen das Dream Team, äh, also Rocky ist so ein neues Material, das man entwickelt hat und dann so in einer Sandwich-Bauweise zu diesem Tufrock zusammengebaut hat. Ähm, Ähm, ja, woraus besteht dieses Zeug? Äh, 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 okay, du willst einen Hitzeschutz haben. Ja. Was muss dieser Hitzeschutz machen? Also erstens mal sollte er sich nicht in seine Bestandteile auflösen, wenn er, äh, mit der, wenn er mit der Atmosphäre konfrontiert ist. Das ist das eine. Das andere ist, äh, er muss das, das Innere von dem Raumschiff vor der Hitze schützen, weil, äh, ist ja schön und gut, wenn deine Außenhaut, äh, die Hitze übersteht, aber sich so aufheizt, dass sich das Innere von deinem Raumschiff, äh, gleichzeitig mit so aufheizt, äh, dass im Inneren alles gebraten wird, weil, äh, das Ding ist ein Raumschiff und kein Backofen. Äh, ja, also brauchst du einen Hitzeschutzschild, der, äh, mindestens außen erst, dass der irgendwo eine, eine isolierende Wirkung hat. Also irgendwo muss da ein isolierender Stoff dazwischen kommen. Und, äh, ja, deswegen hat man ja diese, diese komischen Hitzeschutzschacht, Hitzeschutzschachteln, ah, klar. Hitzeschutzkacheln vom Space Shuttle entwickelt, äh, die aus so einem geschäumten Quarz, äh, Siliziumzeugs, irgend so was, äh, bestehen. Äh, durchaus beeindruckend. Also die kannst du halt in, in Hochofen oder sowas, eigentlich in Hochofen, äh, in, in irgendeinen so einen Ofen packen, wo die, äh, rotglühend aufgeheizt werden, rausgeholt werden und dann, dann holst du die raus. Äh, und, äh, die sind dann halt durch und durch erst mal richtig heiß, äh, äh, und strahlen nach überall Hitze ab und dann siehst du aber recht schnell irgendwie so, die Kanten, die werden schwarz. Und die werden deswegen schwarz, weil die halt, äh, die, die Hitze abgegeben haben und nicht mehr so heiß sind und, äh, es dauert überhaupt nicht lange, dann kannst du die an diesen schwarzen Kanten auch anfassen, äh, während der Rest noch richtig heiß glüht. Mhm. Also, äh, das ist halt, äh, durchaus faszinierendes Material, was die da entwickelt haben. Ähm, äh, so eine, so eine isolierende Schicht brauchst du halt, ne? Gleichzeitig ist das ein Material, das eigentlich überhaupt nicht stabil ist. Äh, hat man ja gesehen. Also, äh, also so, so das allerstabilste Zeug ist das nicht. Und man hat dann halt neue, äh, neue Materialien entwickelt und hat die dann auch getestet, äh, auch am Space Shuttle hat man ein paar einzelne Kacheln, äh, ausgetauscht und, äh, neue Materialien damit getestet. Und die hat man dann immer so daran erkannt, so rechts und links sind alle Kacheln, äh, ziemlich beschädigt gewesen und die halt nicht. Also, äh, das war schon ein deutlicher Unterschied. Und, äh, das hat man dann halt weiterentwickelt und für das X37 verwendet. Ähm, ja, äh, woraus besteht das? Äh, letzten Endes aus einer äußeren Schicht, äh, die, ja, einmal aus Kohlenstoff besteht, aber nicht nur. Weil Kohlenstoff alleine würde durchaus die Hitze aushalten, äh, aber nicht die Umgebung, in die das eigentlich reinkommt. Weil du trittst ja in die Erdatmosphäre ein, die Erdatmosphäre heizt sich auf und du kommst mit allem in Kontakt, was in dieser Erdatmosphäre ist, insbesondere dem Sauerstoff. Und, äh, Sauerstoff ist, äh, bekanntlich nicht gut für alles, was irgendwie oxidieren kann. Und wenn es richtig heißer Sauerstoff ist, im Sinne von 1700 Grad heißer Sauerstoff, ist richtig, richtig böse aggressiv. Und da brauchst du schon ein bisschen mehr. Und, äh, also der, der Kohlenstoff, der wäre da einfach nur, der würde einfach nur verbrennen. Und man hat sich dann halt gesagt, okay, wir müssen irgendwie einen anderen, äh, anderen Stoff entwickeln, der vielleicht auf Kohlenstoffbasis ist, aber der zumindest nicht sofort oxidieren kann. Und, äh, man hat dann halt Siloxane gefunden. Also Siloxane ist so eine, puh, komische Verbindung aus, äh, Silizium, Kohlenstoff und Sauerstoff. Und man merkt, da ist der Sauerstoff schon drin. Und, äh, man hat eine Möglichkeit gefunden, wie man das zusammen mit dem Kohlenstoff letztendlich verbinden kann. Man hat dann halt eine Schicht, die sozusagen schon oxidiert ist. Und damit hält die auch den Sauerstoff aus. Ähm, okay, diese Schicht außen ist halt die, die erstmal diese Hitze aushalten kann und die den Sauerstoff aushalten kann. Und dahinter kommt dann halt, äh, irgendein so ein Fasermaterial, das dann halt auch, das dann halt diese eigentliche Wärmeisolation, äh, erreicht. Ja. Und man hat noch ein anderes Material gefunden, das kann sogar dieses, dieses Rocky-Material auch sein, äh, mit dem man dann halt praktisch, äh, die äußere Schicht, die, die Hitze aushält und die eigentliche Hülle von dem Raumschiff, äh, miteinander verbindet, weil, äh, dazwischen dieses Isolationsmaterial, das hält nix aus. Ne, also man, man hat dann so, so kleine, äh, wie Bolzen oder so dazwischen, äh, die halt praktisch die Außenhaut mit der inneren Haut, äh, verbinden an ein paar Stellen. Aber dazwischen ist halt jede Menge Isolationsmaterial so, dass die, die Hitze nicht nach innen durchkommt. Und, äh, das ist so zusammen mit noch ein paar anderen keramischen, äh, Werkstoffen, die dann halt den, die an anderen Stellen dann zum Einsatz kommen. Also man hat da irgendwie so Siliziumkarbid oder so benutzt, äh, für, für irgendwelche, äh, Steuerflächen und sowas, äh, wo es dann halt nicht so ganz darauf ankommt, was weiter draußen ist. Ähm, ja, also das ist halt so ein, das sind halt so die, die wesentlichen Dinge gewesen, die man dafür entwickelt hatte, für das, äh, X37, was, äh, wirklich neu war und hat natürlich noch ganz andere Dinge neu entwickelt. Ähm, was man auch neu entwickelt hatte, war ein Triebwerk, das, äh, auf Kerosin und, äh, Wasserstoffperoxid, äh, basierte. Übrigens die gleiche Kombination, die auch ARCA benutzt hat, über die wir uns ja vorhin schon, äh, noch etwas lustig gemacht hatten. Äh, also die funktioniert schon, äh, die ist nicht die allereffizienteste, aber man wollte das halt benutzen, weil es nicht so giftig ist. Und, äh, und solange wie das Ganze noch in der, äh, in den Händen der NASA war, war es halt, äh, so ein bisschen angedacht wie, naja, man kann das Ganze ja mal kommerziell machen und, äh, wenn man da Treibstoffe benutzt, die nicht ganz so giftig sind, dann kann man das sicherlich auch etwas billiger und einfacher handhaben. Ähm, okay, nachdem das, äh, Militär das Ganze übernommen hat, hat man, äh, diese Triebwerke ausgeschmissen und stattdessen herkömmliche, die mit Hydrazin und, äh, die Stickstoff, äh, Tetroxid, äh, Basieren benutzt, weil es halt, äh, ja, etablierte Technik ist, äh, funktioniert über einen größeren, äh, über einen größeren, äh, Temperaturbereich. Und, äh, und, ja, friert nicht so schnell, nicht so schnell ein und so, also ist leichter zu handhaben, wenn du eine lange Mission hast und, äh, die fliegen ja durchaus sehr lange Missionen, äh, ich glaub, geplant waren 270 Tage, ursprünglich mal und, äh, ich, das wurde ums Mehrfache übertroffen, ich glaub, die längste waren 588 Tage oder so. Ja, ähm, ja, also so heißen, äh, die, die Triebwerke, äh, sind jetzt, äh, benutztet sich. Das ist halt dann doch wieder eine sehr giftige Treibstoffkombination und das merkt man dann auch daran, dass, äh, nach der Landung von diesem X37, äh, sich Techniker, äh, dem Ding erst mal nur nähern mit, äh, doch die nicht aufwendige Schutztechnik und Schutzanzügen und sonst was. Ähm, weil die Treibstoffe halt, wenn sie rauskommen, äh, doch, äh, ja, ich glaub, ab, äh, zehn Teile pro Million oder so giftig wirken und, äh, das will man einfach alles nicht. Das will man alles nicht einatmen. Nein, will man nicht. Ja, ähm, gibt's noch was zu sagen, äh, äh, wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Ähm, ja, ich hab den, ich hab den ganzen Text jetzt auch nicht mehr in, jetzt auch nicht mehr im Kopf, also, ja, der Witz ist halt, äh, wurde halt bis dahin immer mit der Atlas V-Rakete gestartet, äh, was, äh, entsprechend teuer war, also man kann ja hier auf rocketbuilder.com, äh, nachgucken, wie teuer so eine Mission sind und für das Militär sind sie immer nochmal ganz besonders teuer, äh, 140 Millionen US-Dollar, äh, für den Start von der einfachsten Variante der Atlas V und dann noch weitere 30 bis 80 Millionen US-Dollar, äh, für die zusätzlichen Militärauflagen und SpaceX verlangt, also, so zusammen sind das so, naja, um die 200 Millionen Dollar und SpaceX, SpaceX, äh, verlangt 90 Millionen Dollar, äh, ist dann doch etwas, äh, billiger. Ähm, ja, ist die Hälfte. Ja. So, grob gesagt, ne? Ähm, ja, äh, übrigens getestet wurde das Ding, äh, mit dem White Knight, also, äh, das Ding hat ja auch irgendwann mal Flugtests gemacht, genauso wie der Dream Chaser, und, äh, ja, anstatt halt, äh, irgendwelche Flugzeuge zu nehmen, äh, mit dem man das Ding starten kann und, äh, in der Höhe ausklinken kann und, äh, zu Boden, äh, gleiten lassen kann, hat man halt, äh, das Flugzeug genommen, äh, mit dem damals auch das Spaceship, das Spaceship One gestartet wurde, äh, weil, äh, ja, dieser White Knight, äh, hat halt, wurde halt wirklich bloß für dieses Ding gebaut und war dann sozusagen arbeitslos. Und, äh, da hat's dann wohl mit DARPA, also dem Militärarm, der das Projekt 2005, 2006 so übernommen hat, äh, Gespräche gegeben, äh, das Ding umzubauen, sodass man halt dort so diesen, diesen ersten Prototypen, äh, X-37A montieren konnte und, äh, halt mal hochfliegen und ausklinken konnte. Davon gibt's übrigens auch, äh, Videoaufnahmen. Also, hat man, hat man gemacht, ist gelandet, hat funktioniert und, äh, der White Knight hatte nochmal einen Sinn gehabt. Hm. Gut, ähm, jo, wenn du durch... Ansonsten, was, über die Missionen an sich, äh, ist inhaltlich nicht allzu viel bekannt. Ja. Äh, was bekannt wurde, einmal wurde was gesagt und da hieß es, man hat ein paar Materialien getestet, äh, einfach bloß wie sie sich im Weltraum so verhalten, indem man sie halt, äh, ja, äh, praktisch außen angebracht hat, äh, hat ja so eine, hat ja so eine Nutzlastklappe wie das, äh, wie das Space Shuttle. Ähm, ja, und hat ja einfach dem Weltall ausgesetzt und mal geguckt, was dann kommt und, ja, nach der Landung wieder untersucht. Äh, dafür ist es ja ganz gut. Und außerdem hatte man für Aerojet Rocketdyne ein, äh, XR5A Halltriebwerk gehabt, was man im Weltall testen wollte und wohl auch getestet hat. Und, ja, also, das war halt so, also, offensichtlich, äh, benutzen die dieses, äh, dieses geheime Militärprojekt auch, um, äh, für irgendwelche Firmen Zeugs zu testen. Tja, militärisch-industrieller Komplex und so, ne? Ja. Gut. Jo, ich glaub, ich glaub, dann sind wir fast durch, ne? Also, ach so, äh, vielleicht noch ein paar, paar technische Daten. Also damals, so lange wie es die NASA, äh, gehabt hat, das Projekt, hat man ja technische Daten gehabt und veröffentlicht und hat gesagt, okay, das Ding wird, äh, 8,92 Meter lang, Flügelspannbreite 4,55 Meter, Höhe 2,90 Meter, also, ein relativ kompaktes Ding, also, ja, äh, ja, bisschen größer als ein Auto, äh, ungefähr so groß wie zwei, wie zwei geparkte Autos hintereinander, bisschen breiter. Ähm, Gewicht, äh, war damals maximales, äh, Startgewicht 5 Tonnen, also ein bisschen mehr als 5 Tonnen sind es wohl, äh, jetzt, aber, hm, ja, in der Größenordnung halt, und wird halt mit Solarzellen betrieben, ja. Okay. Nutzlast, Nutzlast kann so groß sein, 2 Meter, 2 Meter lang, 1,20 Meter Durchmesser. Ich hab das Gefühl, ich muss dich jetzt hier unterbrechen, bevor du, Nee, du brauchst mich überhaupt nicht unterbrechen, weil ich bin hier gerade am Ende. Genau, bis am Ende und, ähm, ich finde, wir sind jetzt auch mit der Sendung, äh, am Ende. Genau. Und wir machen jetzt auch die Raketenverhersage, ähm, für, sagen wir mal, sind wir mal optimistisch, die nächsten zwei Wochen, ähm, das wäre dann bis, äh, Nächsten zwei Wochen, ne. Also bis Ende November, äh, da haben wir einmal eine, äh, Delta 2, die ja heute fliegen sollte, aber dann doch verschoben. Die vorletzte, die vorletzte Rakete, äh, von diesem Typ, äh, irgendwie, ich, ich hab immer so das Gefühl, jedes Mal, wenn eine Delta 2 Rakete startet, das wäre die allerletzte, aber jetzt hab ich gelesen, das ist die vorletzte, also, eine ist noch. Ähm, über die müssen wir uns dann das nächste Mal unterhalten. Kannst du das mal in das Dokument reinschreiben? Äh, Delta 2 Rakete? Jo. Ja, schreibe ich mal fürs nächste Mal Delta 2. Gut, ähm, ich weiß, ich weiß, ich wird dann wahrscheinlich morgen irgendwann fliegen, mit dem, äh, Wetterbeobachtungssatelliten Joint Polar Satellite Systems, ähm, für die North Oceanic and Atmospheric Administration. Ein Wetter-Satellit, äh, über den sich, äh, die, die Meteorologen, äh, sehr freuen, also, die, die Wetterfirma von Kachelmann hat ja irgendwie einen Chief Operating Officer und der hat, äh, für irgendwen einen Artikel geschrieben und da hat er gesagt, es ist wie der Unterschied zwischen einem, äh, äh, so einem Club-Handy, äh, zu einem Smartphone. Okay. Also, die sind wohl sehr begeistert, ich hab, keine Ahnung, äh, ich hab gefragt, ob ich ein Interview kriegen kann, aber irgendwie hat sich da noch keiner gemeldet, muss ich wohl nochmal etwas, etwas nachhaltiger nachfragen. Dann haben wir, ähm, auch heute irgendwie angesetzt, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie geflogen ist, ähm, eine lange Marsch 4C mit dem Feng Yun 3D-Satellit, auch ein Wetter-Satellit im Polaren Orbit. Jo, genauso wie der amerikanische. Genau, und dann, ähm, haben wir... Eine Falcon 9. Genau, für uns 16. November um, äh, 2 Uhr bis 4 Uhr nachts, eine Falcon 9 mit der, äh, Zuma-Payload, Zuma-Payload, die nicht weiter beschrieben wurde für die US-Regierung. Sehr mysteriös. Ja, von, von Northrop Grumman, äh, ist sehr kurzfristig überhaupt aufgenommen worden, äh, erst vor zwei Wochen oder so, zwei, drei Wochen, hab ich das Gefühl. Es war, es kam sehr, sehr kurzfristig in, äh, tauchte das plötzlich in den Ankündigungen von SpaceX mit auf. Ähm, und zu guter Letzt, eine Soyuz-Rakete am 28. November, äh, auch wieder Polar, Meteor, Polar Orbiting, auch wieder ein Wetter-Satellit. Mensch, also, also, äh, wir werden das beste Wetter bekommen, das wir uns überhaupt vorstellen können. So, wie es aussieht, also, zumindest, äh, werden wir die besten Wetter-Nachrichten, Wetter-Daten bekommen. Haio! Haio! Ja, ansonsten? Ansonsten verbleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, unterstützt uns auf Libera-Pay oder Patreon, je nachdem ihr das haben wollt, und, ähm, habt Spaß am Gerät. So, und du kurierst dich aus und, äh, hast dann hoffentlich nächstes Mal eine etwas, etwas bessere Stimme. Ja, ja, mal schauen, ob ich, ob ich, ob das mit meiner Gesundheit noch was wird, oder ob wir einfach die ganze Geschichte einfach neu starten sollen. Have you tried to turn it off and on again? Hm, haio. Also dann. Na gut. Gehabt euch wohl, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020